Männer untereinander, da gibt es immer Reibung. Du guckst immer, wie viel kann ich dem anderen geben, bevor der sich wehrt. Wie weit kann ich den schubsen? Und dann schubst er zurück und dann sagt, okay, das ist das Level, auf dem wir sind. In einer männerdominierten Branche ist das quasi die Kultur, so wir schubsen uns. Da kommst du als Frau und dann schubst ich dich und du schubst mich nicht zurück. Also schubst ich mehr und sagt, stopp! Und eigentlich warte ich als Mann darauf, zurückgeschubst zu werden. Und ich weiß gar nicht, wie ich interagieren soll. So ist das jetzt irgendwie, ist schwierig. Gestern, es gibt auch so Duftkerzen für 1.000 Euro. Die haben uns nämlich gestern eine E-Mail geschrieben, hey, wollen Simon und Calvin so Pakete haben? Und das sind so Duftkerzen, die kosten 1.000 Euro. Ja, gut, aber das ist ja das Ding, so ein bisschen mit den ganzen Brands, ne? Ich sag mal, es gibt keine Gucci-Kühe. Noch nicht. Ja, man baut halt aus Leder zum Beispiel eine Tasche und dann setzt du dein Logo drauf. Was willst du in eine Duftkerze reinmachen, was wirklich 1.000 Euro wert ist? Ja. Weiß ich nicht. Geht ja nicht. Vor allem meine Frage ist, zündest du die an oder nicht? Das ist eine gute Frage. Weißt du, was ich meine? Idealerweise zündest du die an und zwar mit einem Puffi. Hälst du da dran und… Idealerweise kriegst du sowas, kaufst du dir solche Sachen auch einfach nicht selbst, sondern bekommst du die geschenkt oder umsonst oder… Das ist so ein typisches Geschenke-Ding, ne? Ja. Das sind so die Brands, die Sachen haben, die eigentlich viel zu abstrus teuer sind, aber wenn man was verschenken will. Aber ich glaube auch, weil so Stars wollen ja in ihrem Haus keine 20-Euro-Kerze haben. Weißt du, die gehen ja wahrscheinlich auch so. Ich will von allem einfach das Most High End haben und dann… Gibt es noch was, was teuer ist? Dass er bei sich zu Hause stehen hat. Nee. Weiß ich nicht. Ich muss jetzt mal hier kurz dich ein bisschen lauter machen, as always. Nicht, dass du hier untergehst, meine liebe Kim. Ja, krass. Du hast gesagt, du willst unbedingt sprechen über, wie war 2022 sinngemäß. Ja, das ist ja schon 2023. Der Zeitpunkt ist ja jetzt schon vorbei. Ja, können wir ja trotzdem machen. Über 2022. Wie war 2022 für dich? Das letzte Jahr. Das letzte Jahr? Gut eigentlich. Also wahrscheinlich eins der besten Jahre. Warum? Es ist wenig Negatives passiert. Ich habe auch so letztens so ein bisschen reflektiert. Ich habe auch mal im Instagram von jedem Monat ein Bild so gepostet. Dann geht man ja seine ganze Galerie durch. Und es ist nichts… Ich habe sehr wenig geweint und ich weine sehr viel. Ach, krass. Ja. Wie oft weinst du in normalen Jahren? In was für einer Taktung? Bestimmt 200 Mal. Krass, das ist mehr als jeden zweiten Tag. Ja. Aber ich weine auch wirklich bei Filmen, bei Serien, wenn irgendwas nicht im Kühlschrank ist, was ich dachte, was da ist. Aber bei Serien spricht ja eher dafür, wenn du jetzt bei Serien viel weinst und du hast letztes Jahr nicht so viel geweint, dass du nicht so viel Serien geguckt hast. Aber ich weine natürlich auch bei… Also ich wollte nur damit sagen, dass ich sehr, sehr schnell weine, auch bei positiven Dingen, aber vor allem natürlich auch, wenn man traurig ist. Ähm, aber 2022 habe ich nicht so viel geweint. Krass. Hast du 2022 geweint? Ähm, Männer weinen nicht. Ich formuliere schon so, hast du überhaupt geweint? Habe ich in meinem Leben schon mal geweint? Als ich geboren worden bin, habe ich geweint. Ähm, ich glaube nein. Also nicht… Wirklich? Ja. Das finde ich schon, das ist so krass. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man ein Jahr nichts zu weinen hat. Also auch keine Freudentränen oder weil du von irgendwas emotional berührt warst? Emotional berührt sein, ja. Freudentränen, ja. Aber, also ich habe noch nie aus Freude geweint. Also das mich quasi eine positive Emotion so überwältigt, dass ich sozusagen weinen muss oder weinen kann. Ähm, negativ halt schon eher, aber das, das ist wirklich sehr, sehr hohen, sehr, sehr traurigen Dingen vorbehalten. Aber kannst du mal ein Beispiel geben für ein normales Ding, wo du weinst? Gestern habe ich geweint. Okay. Ich habe einfach einen TikTok gesehen. Es waren noch die Golden Globes. Okay. Und da hat ein Schauspieler gewonnen. Ich kenne den nicht mal, aber er hatte so eine emotionale Rede, dass ich dann im Auto am Weinen war, als ich das geschaut habe. Das ist doch schön. Ja, und davor das Mal habe ich, glaube ich, ein Neujahr geweint, weil wir im Disneyland waren und ich mich so gefreut habe, da zu sein. Also es war auch keine Überraschung, ich wusste das, aber als wir dann da drin waren, habe ich angefangen zu weinen, weil ich mich so gefreut habe. Beim Feuerwerk habe ich dann auch noch mal geweint, weil das auch so schön war. Ja, also. Hast du die Möglichkeit, das zu unterdrücken? Boah, ganz schwer. Aber eigentlich nicht, nee. Hast du schon mal in einem Business-Kontext geweint? Ja. Ja, auf jeden Fall. Oft oder? Nee, nicht oft, aber ich habe zum Beispiel auch, also ich habe die Emotionen bestimmt, erst mal alles, was ich sage, immer 60 Prozent abziehen. Ich mache alles immer dramatischer, als es ist. Aber ich würde sagen, ich habe die Emotionen sauer sein fast gar nicht. Krass. Und in Situationen, die vielleicht andere Menschen sauer machen, kommen bei mir ganz oft so Tränen. Und das hatte ich im Business-Kontext schon öfter, dass ich so, weil das dann eher so Frustration, glaube ich, ist, anstatt sauer sein. Das heißt, du hast anstelle Trauer, hast du, anstelle Wut hast du Trauer. Ja, also ich glaube, mich hat fast noch nie jemand wütend erlebt, weil ich das auch, das ist aber auch so eine Emotion, finde ich, die sich so von den anderen abhebt, die so ein bisschen außen dran ist, wie die Farbe Rot. Ich finde, Rot ist auch keine Farbe der normalen Farben. Rot ist für mich irgendwas anderes, aber keine Farbe. Und wütend sein ist für mich, glaube ich, die Schlussfolgerung von, wenn du andere Emotionen vorher vielleicht nicht rausgelassen hast oder bearbeitet hast. Also es kommt mir ein bisschen vor wie so ein Meta-Ebenen-Gefühl oder ein Resultat von etwas. Wenn ich jetzt dir in den Finger kneife, einmal die Minute, nicht feste, wäre da nicht die angemessene Reaktion Wut? Genervtheit, oder? Ja, aber was kommt nach Genervtheit? Keine Wut. Aber kommt Wut nicht, wenn du nicht die Genervtheit kommunizierst? Also wenn du nicht früh genug einsteigst in den Dialog, was gerade passiert? Wir können das ja mal probieren. Ich kneife dich jetzt einmal pro Minute. Also ich bitte, Ben, lass uns. Und dann kannst du genervt sein und dann bist du über anderthalb Stunden genervt. Aber irgendwann, da sagst du, Benjamin, bitte hör auf. Bitte hör auf, das macht keinen Sinn, das tut mir weh. Ich bin jetzt gerade so. Dann würde doch normalerweise der Moment kommen, wo du irgendwann sagst, du blöde Sau. Kann ich mir gut vorstellen, aber ich kann mir keine Situation vorstellen, in der mich jemand zwei Stunden lang die ganze Zeit kneift. Vielleicht ist auch das ... Ja, aber das ist ja noch ein Beispiel. Ja, aber ich ... Für jemand ... Ich kann dir nicht sagen, wenn ich das letzte Mal wütend war. Was ist im Straßenverkehr? Viele Leute lassen ihre Wut im Straßenverkehr raus, wenn jemand dir die Vorfahrt nimmt. Bist du auch traurig? Nee, ich bin nicht ... Ich denke eigentlich nicht so viel dabei. Ich werde immer sehr oft angehubt, tatsächlich. Nee, aber ich habe auch keinen so Road Rage. Du hast ja überhaupt keinen Rage dann für, also Wut. Ich finde Straßenverkehr eh so lustig, weil eigentlich die einzige Regel, die existiert, keiner soll sich gegenseitig berühren. Alles andere ist ein bisschen frei zur Interpretation. Vor allem je nachdem, wo du bist oder in welchen Ländern oder sonst was. Einfach die einzige Regel berührt euch gegenseitig nicht. Ja, verstehe ich. Ich finde das tatsächlich ähnlich verrückt, dass es möglich ist, mit dem Auto 200 zu fahren und dass es auch üblich ist. Und niemand fährt in sich ... Also man berührt sich nicht. Und man ist super eng. Ja. Dass man 200 km war ... Und man ist super eng. Und jetzt hast du das erste Knacken gehört, was aus dem Nichts hochkommt. Wir ignorieren das jetzt mal von now. Dieses Knacken, was man im Video oder im Podcast mit Hörerwahrscheinlichkeit einfach nicht hört. Ah, okay. Aber wir hören das auf unseren Kopfhörern und ich weiß nicht warum. Und du hast eingangs gesagt, dass es so aussieht hier, mein Setup, als hätte ich Ahnung davon. Mittlerweile habe ich tatsächlich ein bisschen Ahnung, aber scheinbar nicht genug, um das hier vernünftig zu mastern. Also wenn irgendjemand mir das erklären könnte. Weil wir haben uns ja jetzt auch nicht ruckartig bewegt oder so, dass irgendwas ... Und was es tatsächlich gibt, ist so, es gibt so Brummschleifen. Also je nachdem, wie du Kabel legst, entstehen elektromagnetische Felder und Mikrofone nimmst du auf und dann brummt es. Aber das ist keine Brummschleife. Also ganz folgt, selbst Kabelführung in einem Tonstudio ist halt ein Thema. Du kannst das halt nicht ... Ja, verstehe. Also ganz crazy. Aber sorry, wir sind von der Road Rage abgeschweigt. Ich finde es auch sehr faszinierend, dass es mir manchmal schwerfällt, auf der Spur zu bleiben in der Mitte oder durch eine Baustelle zu fahren. Und dass ein Bus auf derselben Spur fährt, wo vier Sitze und ein großer Flur in der Mitte ist. Ich denke mir, so viel geht es gerade. Ich finde auch Baustellen auf der Autobahn, wo sind 20 Zentimeter rechts und links und da fahren tausend Autos her. Und es gibt halt nicht irgendwie fünf Unfälle am Tag, auch nicht fünf die Woche, sondern das funktioniert irgendwie. Und niemand würde sagen, wenn das nicht funktionieren, also wenn es das noch nicht gäbe, pass auf, lass mal einfach hier, das funktioniert schon. Das wäre so eine absurde Idee. Du kannst doch nicht auf eine ... Das würde doch jeder sagen, kannst doch nicht auf eine Autobahn eine Baustelle machen und Hütchen und keine Ahnung. Das funktioniert. Und dann die Spur 20, also 50 Prozent, 30 Prozent schmaler. Und dann fahren die so schnell so dicht aneinander vorbei. Aber ich mache immer die Augen zu, wenn ich durch so eine Katze, das darf man ja keinem erzählen. Du machst die Augen zu? Ja. Warum machst du die Augen zu? Wenn du über eine Baustelle fährst? Äh, ja. Ich mache die Augen zu, weil ... Auch wenn du das Lenkrad in der Hand hast? Ja. Das darf man keinem erzählen. Ah, krass. Wow. Weil ich versteine richtig, weil es ist ja gar nicht viel enger, wie du sagst. Das ist ja auch manchmal ... Aber wieso fährst du noch nicht dagegen, gegen die anderen? Also du bist doch manchmal in so, wo so Stein rechts und links ist und es ist nur eine Spur. Nur du bist da drin alleine. Und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich komme gleich irgendwo gegen. Und dann machst du die Augen zu, damit du ne, wo du kommst. Nicht die ganze Zeit, natürlich. Aber so in so Momenten, wo ich denke, oh, jetzt passiert was oder jetzt könnte was passieren, mache ich so die Augen zu. Und vor allem beim Schluss, dann mache ich die Augen zu und drücke nochmal so schneller drauf, dass ich schneller raus bin. Das ist aber noch nie was passiert. Aber das lernt man auch nicht in der Fahrschule, ne? Also in der Fahrschule bin ich durch sowas nicht gefahren. In der Fahrschule lernt man eh nichts. Also diese zwölf Fahrstunden da. Ich habe sogar meinen Fahrprüfer gefragt, sind Sie sicher, dass ich, also, sind Sie sicher? Dass ich ... Das ist doch nicht normal, wie man so einen Führerschein bekommt, oder? Also ich habe mich nicht so gefühlt, als könnte ich fahren. Ich glaube, wir sind in Deutschland das Land, was die strengste Fahrprüfer hat und die beste Fahrausbildung der Welt. So sagte man mir in der Fahrschule damals. Aber in den anderen Ländern funktioniert es ja auch irgendwie. Aber tatsächlich auch schlechter. Ich meine, wenn du mal in Ägypten warst oder so, ja, da läuft der Straßenverkehr. Die Regel ist ... Da gibt es wirklich nur diese eine Regel. Genau, berühre dich nicht zu hart, sozusagen. Genau, weil ich gerade sage, das ist ... Die Autos sollten dir nicht schlagen. Ja. Und, ja, verrückt, Kim. Aber du warst bei 2022. Du hast gesagt, das war das beste Jahr, weil du wenig geweint hast. Das ist ein ganz guter Indikator. Was ist noch so passiert? Ich war ... Also, ich war sehr viel unterwegs. Ich habe sehr viel gesehen. Das, finde ich, ist immer ein guter Indikator. Ich habe das Gefühl, du hast nur gearbeitet. Nee, gar nicht. Hey, krass. Also, vielleicht. Aber ich war an vielen verschiedenen Orten. Ich war Anfang des Jahres in der Schweiz. Dann war ich in Paris eine Zeit lang. Dann war ich in London eine Zeit lang. Dann war ich drei Wochen lang in Italien. Dann war ich wieder in Frankreich. Dann war ich in Kroatien. Dann war ich wieder in der Schweiz. Wie viel Prozent davon ungefähr war Business und wie viel Prozent davon war privat? 30 Prozent Business. Krass. Ja. Hätte ich jetzt anders gedacht. Du hast ja ein entspanntes Leben. Ja, ist doch schön. Dann war ich noch in Südafrika. Für wie lange? Eine Band, was soll das? Ja, ich weiß das. Also, ungefähr. Ich habe es irgendwie so gefühlt, drei Tage im Hintergrund. Fünf Tage. Aber davon sind natürlich ... Das ist ein 24-Stunden-Flug inkludiert in diesen fünf Tagen. Ach, krass. Oh, wow. Also, man fliegt jetzt zwei Stunden hin und zwei Stunden zurück. Du hast dich fünf Tage rausgenommen. Was macht man fünf Tage in Südafrika? Ja. Das war also der einzige Zeitraum, der gepasst hat. Aber da war ich dann auch privat. Warum hast du nicht gesagt, ich nehme mich mal zwei Wochen raus und mache mal zwei Wochen Südafrika, so wie das alle machen? Erstens habe ich gelernt beim Reisen, dass ... Ich habe das Gefühl, man braucht gar nicht so viel ... Also, es kommt ja auch daran, was für ein Urlauber du bist, ne? Also, ob du jetzt da liegst und dich entspannst. Und ich sehe gerne Dinge. Und ich habe immer gemerkt, dass alles über fünf Tage ... Am fünften Tag sitze ich immer da und ich denke so, und jetzt? Weil irgendwie, je nach Stadt, also wir waren ja dann auch nur in Kapstadt, also du kannst da alles in ... Natürlich kannst du noch tausend andere Dinge, aber die großen Sachen siehst du in den fünf Tagen und ab da wird es auch irgendwie immer nur noch das Gleiche. Ja, und deswegen fand ich das gar nicht so schlimm. Das habe ich bei den letzten Urlauben so gemerkt, dass man ... Auch bei meiner Reise durch Italien, wir waren, glaube ich, maximal zwei Tage in der selben Stadt und dann sind wir in die nächste Stadt und haben uns da die Sachen angeguckt und dann immer weiter. Ja. Das ist ein guter Punkt. Also, man hat ... Ja, man versteht eine Stadt relativ schnell im Sinne von, wie ist es jetzt in Istanbul versus in Kapstadt. Ja. Aber ich finde, es dauert dann richtig lange, bis man ... Also, die ersten zwei, drei Tage hast du das Gefühl, okay, da ist der Supermarkt, so und so muss ich bestellen, das ist üblich, das zu tun, das ist unüblich, das zu tun. Strom fällt aus. Genau, Strom fällt aus, kapstadt ein Riesenproblem. Aber um dann so die Kultur zu verstehen, der nächste Schritt ist am sechsten Tag, lernst du nichts mehr, würde ich sagen. Aber ... Ja, dann ist aber wieder auch in einem Monat, oder? Genau. Ja, oder halt wahrscheinlich in zwei Wochen, dass man so den Lifestyle so ein bisschen, dass man nicht Beobachter des Lifestyles ist, sagt, aha, die trinken hier ihren Kaffee immer kalt oder was auch immer, sondern dass man den so adaptiert und so ein bisschen luckel wird. Genau. Aber da ist der Abstand, finde ich, ja mega groß. Also, bis die nächste Lernkurve kommt oder bis die nächste Kurve kommt, wo du irgendwie was anderes erlebst. Ich glaube, da lohnt es sich dann auch eher wirklich einen Monat da zu leben oder zwei oder drei oder vier. Aber für so einen Städtetrip, der es am Ende des Tages dann ist, reicht es total. Und so Entspannungsurlaub ist es eh nicht. Ich finde auch komisch, Entspannungsurlaub an einem Ort zu machen, wo du vorher noch nicht warst, weil ... Also, weißt du, was ich meine? Kannst du dich an einem Ort nicht entspannen, wo du vorher noch nicht warst? Doch, aber ich verstehe nicht, wieso sollte ich dann zwölf Stunden dahin fliegen, um dann am Pool zu liegen und all-inclusive zu essen? Dann muss ich ja nicht zwölf Stunden fliegen erstens und dann kann ich das ja ... das kann ich auch zu Hause machen oder in der Schweiz oder in der Nähe und dafür muss ich jetzt nicht an einen Ort, den ich auch erkunden kann. Ja. Ja, verstehe ich. Interessant. Du denkst viel nach über Sachen, ne? Ich erinnere mich und merke das, dass du einfach viel nachdenkst und bedachte Entscheidungen Das ist schon alles abgewogen. Ja, das ist das Ende eines langen Gedankenprozesses, wie möchte ich Urlaub machen und warum. Das ist nicht, oh scheiße, ich habe nur fünf Tage Zeit, also fliege ich mal nach Kapstadt, ach, ist ja eigentlich zu kurz. Sondern das war auch rückblickend gut, sagst du? Ja, das war rückblickend gut. Urlaub ist für mich eh eher, wenn ich dann zu Hause entspannen kann und gar nichts machen kann. Weil für mich, ich kann auch nicht wirklich entspannen in einer fremden Umgebung, also in einem Hotel oder in einem Airbnb, für mich ist wirklich Entspannung, ist, wenn ich zu Hause dann bin und das Handy weglege und gar nichts mache, so. Ja, das heißt, du warst eigentlich gar nicht im Urlaub in Kapstadt, sondern du warst auf einer Reise in Kapstadt. Ja, genau. Und ja, okay, verstehe ich. Ja, ich war, ich bin viel gereist. Ja. Du bist viel gereist. Was ist außerdem nicht weinen und reisen noch so passiert letztes Jahr? Hm, nicht so viele, man hat das ja manchmal, nicht so viele Veränderungen. Veränderungen sind per se ja nichts Schlechtes, aber ich genieße manchmal die Phasen im Leben, wo sich nicht so viel ändert. Das fand ich ganz entspannt. Aber kannst du das nicht steuern? Kann man nicht steuern, wie viele Veränderungen man, also bestimmte Sachen verstehe ich, hat man kein Hinweis drauf, andere Sachen schon? Ja, also die Veränderungen, die ich in den letzten Jahren hatte, waren immer so, grundlegende Beziehungen sind dann zu Ende gegangen oder irgendwas hat nicht geklappt oder wichtige Mitarbeiter haben das Unternehmen verlassen oder die Finanzen waren instabil. Also so Veränderungen, die sich gravierend wirklich auf dein Leben auswirken und du merkst, okay, ich muss jetzt auch eine Aktion machen, um mit der Veränderung umzugehen. Ich muss ausziehen, ich muss einen Haushalt auflösen, ich muss einen Weg finden, wie wir Geld machen können. Ich brauche einen Mitarbeiter kurzfristig. Und das ist halt alles nicht passiert. Und das sind, glaube ich, Sachen, die einen normalerweise immer sehr stressen und sehr viel Energie kosten. Und da war eigentlich alles wie eine ruhige Linie. Und das ist, glaube ich, sehr entspannt gewesen. Also du hattest wenig Probleme, sage ich jetzt mal. Wenn man Probleme Veränderung nennt, dann sind Veränderungen natürlich nicht so gut. Ja, aber Probleme, also ich weiß nicht, ob diese ganzen Sachen Probleme sind, weil man weiß das ja ganz oft, wenn die Beziehung zu Ende geht, denkt man erst so, also je nachdem welcher Position man ist, denkt man, oh nein, ich finde nie wieder so jemanden. Aber man hat ja dann auch mittlerweile gelernt in seinem Leben, dass immer jemand Besseres noch kommt, von dem man hätte gar nicht denken können, dass es noch besser geht. Moment, Moment, Moment. Wenn du sagst, Mann, glaube ich, ist das nicht so. Ich glaube, du hast das gelernt. Okay, ich habe das gelernt. Aber ich glaube, dass es sehr, sehr vielen so geht, wenn man reflektiert, alles, was man irgendwie als Problem gesehen hat oder Veränderung, danach ist es eigentlich nur besser geworden. Ich glaube, da würden dir viele Leute widersprechen. Ja. Und wenn ich jetzt so randecke, dass, wenn du zum Beispiel einen Partner hattest und verlierst den und dann vergleichst du deine zukünftigen Beziehungen immer mit der ultimativen Beziehung, die du irgendwann hattest. Und du hattest dann jetzt scheinbar das Glück, dass du Leute gefunden hast, die noch besser passen oder du hast dich in eine andere Richtung entwickelt und dabei ist es irgendwann, du sagst, Dinge werden besser, es kommen Probleme und danach wird das Leben besser. Und ich glaube, dass es ganz viele Leute gibt, wo das Leben schlechter wird, die immer noch der Jugendliebe hinterher trauern und sagen, wer das damals hätte, wäre nicht das passiert oder jenes passiert. Was glaubst, ist das Schicksal, dass es gerade dich positiv getroffen hat oder machst du irgendwas richtig, was die falsch machen? Ich glaube, es ist auch Mindset. Ich habe das Gefühl, das Leben vorläuft immer in Auf und Abs, aber tendenziell geht es nach oben. Und ich habe das Gefühl, wenn es mir schlecht geht, dann bin ich halt gerade in der Down-Phase und ich habe nie die Interpretation, dass das Leben jetzt runtergeht. Und wenn du gerade sagst, denen geht es danach schlechter, dann habe ich mir gerade automatisch gedacht, ja, weil die gerade in der Kurve sind. Aber tendenziell geht es trotzdem immer im großen Picture höher. Aber das ist natürlich auch meine Wahrnehmung in meiner Bubble und wie privilegiert ich aufgewachsen bin und in welchem Umfeld und sonst was. Das können wir natürlich jetzt nicht generalisieren. Das ist hier der Woke Disclaimer. So, man darf nichts Positives sagen, ohne dass man sagen kann, ja, mein privilegiertes Gedöns. In einem Podcast ist ja immer alles aus der eigenen Wahrnehmung und Bubble und sonst was. Aber ich habe schon das Gefühl, dass es tendenziell so ist oder das war zumindest meine Erfahrung und auch die von meinem Umfeld, weil diese Veränderungen kommen ja nicht aus dem Nichts meistens. Das heißt, eine Beziehung geht ja nicht zu Ende, weil sie mega glücklich war und es mega gut gepasst hat. Ja, das ist eine große These. Ich glaube, es gehen auch sehr glückliche Beziehungen irgendwie zu Ende. Ja, bestimmt. Aber die sind ja aus irgendeinem Grund zu Ende gegangen. Also irgendeinen Grund, Schluss zu machen oder das zu beenden oder das zu verändern, gibt es ja. Mindestens von einer Seite. Mindestens von einer Seite. Aber das ist ja die grundlegende Seite. Wenn mein Partner mich nicht möchte oder nicht glücklich, also das ist ja der Grundsatz für eine Partnerschaft, ist, dass beide sich möchten. Und sobald der eine nicht mehr möchte, ist das ja gar keine attraktive Situation mehr. Also die Grundvoraussetzung für deinen Partner sollte ja sein, dass er auch mit dir zusammen sein möchte. Und sobald er das nicht mehr möchte, ist das doch gar nicht mehr, weißt du, eine relevante Diskussion. Und es ist keine gegenseitige Beziehung, sondern eine einseitige Beziehung. Ja. Und das heißt, spätestens in deiner nächsten Beziehung, wenn dein Partner dich möchte, ist es besser als in deiner letzten Beziehung. Weil da gab es einen Punkt, wo dein Partner dich nicht mehr mit dir zusammen sein wollte. Also verstehst du, was ich meine? Ich verstehe, was du meinst, aber auf der anderen Seite könnte man sagen, alle, die in schlechten Beziehungen sind, sind nicht allein. Und vielleicht ist es Alleinsein für manche Menschen oder vielleicht auch sogar für alle schwieriger, als mit jemandem zu sein, den man jetzt nicht 100 Prozent mag. Ja, glaube ich auch. Ich glaube, so das Schwierigste ist, wenn du in so einer 80-Prozent-Beziehung bist, die so eigentlich doch ganz okay ist und cool und wir verstehen uns und haben das schon toll, ne? Ja. Das ist zum Sterben zu viel und zum Leben zu wenig oder was rum? Oh, war ganz schrecklich. Ja, aber besser ist, du hast eine richtig scheiß Beziehung und dann trennst du dich oder der Gegenüber trennt sich und dann ist halt alles scheiße und dann kannst du darauf bauen oder du hast eine Mega-Beziehung. Ein Problem hast du, glaube ich, wenn du so in der Mitte bist. Ja. So, die ganz okay ist, weil dann ist der Tag nach dem Schlussmachen ein richtiger Scheißtag, weil du hast viele gute Sachen, auf die du zurückgreifen kannst und bist dann halt jetzt alleine und fährst dir mit einem großen Löffel Vanille-Eis rein. Aber es kommt ja immer das Nächste im Leben. Also, weißt du, also ich meine, wie viele Jahre lebst du schon und es ist immer weitergegangen und du sitzt jetzt hier. Ja, da fällt mir ein Bibelferst zu ein, den ich aber nur auf Englisch kann. Und ich habe da ganz viele Interpretationen zu gehört und gesehen, hier Peterson und Co. oder Peterson insbesondere. Und Interpretation ist, dass das Leben nicht, läuft nicht mal gut, mal schlecht, mal gut, mal schlecht. Sondern, wenn du mal Monopoly gespielt hast, wenn es gut läuft, läuft es dadurch, wenn du einmal das Hotel hast, drastisch besser. Und es ist in jedem Monopoly-Spiel immer so, dass der, der gewinnt, haushoch gewinnt. Und so die letzten Runden sind einfach nur geil für den Gewinner und man sieht schon, wer gewinnen wird. Und für den Verlierer, scheiße, weil der ist quasi auf dem absteigenden Ding. Und die bildliche Interpretation ist, wenn du vom rechten Pfad abkommst, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass du von der Klippe fällt exponentiell. Ja, verstehe ich. Und wenn du aber, wenn es aber gut läuft, die Wahrscheinlichkeit, ist es nicht so, oh, manchmal läuft es gut, manchmal läuft es schlecht. Wenn du jetzt zum Beispiel mit deinen Künstlern hast, ein geiles Jahr, geile Deals gemacht, geile Releases, was auch immer. Dann heißt nicht, dass das nächstes Jahr wird es dann schlecht, wie man jetzt so gemeinhin denken könnte. Sondern das heißt, ey, wenn du letztes Jahr schon, keine Ahnung, du hast dein, sag mal, ein geiles Album auf den Markt gebracht. So, der hat dadurch neue Fans bekommen, die den irgendwie geil finden. Die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was entsteht und dass irgendein Sponsor sagt, hey, der war doch letztes Jahr so erfolgreich, können wir da nicht einen Deal mitmachen, ist viel höher, als wenn er ein Scheißalbum hatte und dann kommt ja kein Sponsor und sagt, ja, letztes Jahr lief bei dir scheiße, dann können wir dir dieses Jahr Geld geben. Und ich glaube, dass wenn man sein Leben, sehr lang von mir jetzt, in die rechten Bahnen lenkt und gelenkt hat vor allem in der Vergangenheit, dann wird es, wie du sagst, immer irgendwie besser. Es kommt eine Veränderung und ich kann darauf vertrauen, dass es immer irgendwie besser wird. Also, Interpretationssache, ob es besser wird. Also, ich betrachte es so, aber bestimmt gibt es auch andere, die sagen würden, mein 2018 war viel besser als jetzt. Ich sehe es nicht so, weil ich ja auch finde, dass diese ganzen Tiefschläge und Probleme, wie du sie nennst, Veränderungen, wie ich sie nenne, dazugehören. Und ich als Menschen ja auch, also das ist ja essentiell. Deswegen würde ich das nie als negativ bewerten und natürlich muss man, es gibt, es passieren ganz schlimme Dinge und du rutschst vielleicht in die Obdachlosigkeit und das sind so Dinge, da kann man beim besten Willen nicht sagen, es ist besser. Aber wenn wir jetzt ganz den Mittelwert nehmen und jetzt nicht auf große Schicksale, also einfach den Mittelwert, glaube ich, ist es auch Interpretationssache. Das, was du gesagt hast, da habe ich mir direkt gedacht, ist es so, weil es in der Bibel steht oder weil es so ist oder ist es so, weil wir im Kapitalismus leben? Weil der Kapitalismus ist natürlich dafür angelegt, dass die Schere immer größer wird und die Reichen immer reicher und das Positive immer positiver und das Schlechte immer schlechter. Ist der Kapitalismus dafür angelegt? Ja, auf jeden Fall. Also meine Meinung. Warum glaubst du das? Der Kapitalismus basiert ja auf Systemen wie Klassismus und Rassismus, die ganz, also der Kapitalismus ist zum Beispiel total abhängig davon, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht oder die wir sehen, als würden sie unter uns stehen oder andere Leute sehen, dass wir unter ihnen stehen, das ist ja grundlegend vom Kapitalismus, diese Schere, dass es eben die Schichten gibt. Wieso ist das Kapitalismus? Weil nicht jeder im Kapitalismus gewinnen kann. Ist das wirklich so? Ja, auf jeden Fall. Wenn jetzt morgen alle aufwachen würden, alle haben eine 120er IQ und alle können programmieren und sind physische Ingenieure, also können halt Sachen bauen. Würden die, würde nicht die Welt in 20 Jahren, wenn die alle dann die geilste Software programmieren, alles automatisieren, Roboter bauen, die die Farmen machen, dann würde es nicht so weit gehen, dass wir alles im Überfluss haben. Wir haben genug Maschinen, wir haben genug Autos, wir haben genug künstliche Treibstoffe, wir haben genug Essen, weil wir so viel Know-how praktisch pleit haben sozusagen und damit echten Wert geschaffen, nämlich Maschinen, die uns alles abnehmen. Dann wäre doch alles super. Ja, ich glaube, das geht bestimmt. Das heißt, ich glaube, du kannst den Kapitalismus ab einem Punkt mit Technik auch ausgleichen, wenn du die ganzen Jobs ersetzen kannst, die keiner machen möchte, blöd gesagt. Aber solange das nicht der Fall ist, wird diese Schere immer größer werden, weil wir haben Leute, die ja in Jobs arbeiten müssen, die schlecht bezahlt sind, die auch keiner machen möchte vielleicht, weil es dafür noch keine Maschinen gibt, die das machen können. Ich weiß auch nicht, ob wir alles, wahrscheinlich bräuchten wir dafür richtig gute Roboter mit KI, die die Menschen irgendwie, die total menschenähnlich sind, damit das funktionieren würde. Dann würde es, glaube ich, funktionieren, aber vorher wird dieser Kapitalismus, wir sind ja auch im Spätkapitalismus, also vielleicht ist das ja auch die nächste Stufe. Weiß man ja nicht, ob wir im Spät- oder im Frühkapitalismus sind. Sagen wir, genau. Das weiß man in 10.000 Jahren vielleicht. Aber es scheint so zu sein, dass diese Pareto-Verteilung, das nämlich ganz wenige, ganz viel haben, ist kein Kapitalismus-Thema. Sondern auch dieses Bibelsitat ist halt nicht etwas Christliches, sondern vielleicht eher eine Beschreibung, wie die Welt funktioniert. Ja, das ist nämlich gerade meine Frage gewesen. Liegt es am Kapitalismus oder weil es so ist, wie du sagst? Und dieses Pareto-Prinzip, also landläufig heißt 20-80, also mit 20 Prozent des Inputs erreichst du 80 Prozent des Outputs. Das spricht dann von Pareto. Aber das, ich glaube, korrekt formuliert heißt es wirklich, dass die Wurzel, wenn du es anwendest auf ein Unternehmen zum Beispiel, die Wurzel aus der Anzahl der Mitarbeiter, die du hast, macht 80 Prozent oder 90 Prozent der produktiven Arbeit. Das heißt, wenn du 100 Leute hast, die Wurzel aus 100 ist 10, das heißt 10 Leute machen die meiste produktive Arbeit. Wenn du neun Leute hast, machen drei Leute die produktive Arbeit. Das heißt, ein Unternehmen geht von neun Mitarbeitern auf 100, produktiv, so richtig hyperproduktiv sind einmal drei, einmal zehn. So, wenn du das Gleiche anwendest auf Städte, so die Größe von Städten, wie groß sind Städte geworden, folgt einer ähnlichen mathematischen Logik. Die Masse von Sternen, die Anzahl von Komponisten, die erfolgreich gewesen sind. Also Mozart und Co. gibt es halt drei, vier Komponisten der ganzen Menschheitsgeschichte, die wirklich erfolgreich sind. Und wenn du guckst, welche Stücke von denen sind erfolgreich geworden, auch nur ganz, ganz wenige. Und das scheint sozusagen eine mathematische Logik zu sein, die in allen möglichen Lebensbereichen präsent ist. Nehmen wir jetzt mal erfolgreiche Stücke von Komponisten, klassische Musik. Welche drei Musikstücke kennt jeder? So, oder vier oder fünf. Ist es der Kapitalismus, der das macht? Oder ist nicht ganz viel im Leben, in den Menschen irgendwie drin? Und ich glaube, wenn man sich da reindenkt, ist diese Erklärung, der Kapitalismus macht, dass Menschen arm sind, ja, das ist ganz schön. Da hast du einen schönen Gegner und da gibt es auch hier den Sozialismus, Kommunismus, der sagt, ja, wir lösen das. Aber nimm jetzt mal Monopoly. Wie willst du die Regeln bei Monopoly ändern, dass alle konstant das Gleiche haben? Dafür spiele ich zu wenig Monopoly. Die Regeln sind mir gar nicht so präsent. Aber ja, ich stimme dir auf jeden Fall zu. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, ne, das Album war jetzt erfolgreich, deswegen wird das nächste und die Werbepartner kommen und sowas. Das sind natürlich Sachen, die durch den Kapitalismus total gefüttert werden. Gut, aber das ist ja ein kapitalistisches, wenn wir aber mal aus dem Kapitalismus rausgehen, gibt es halt in der Natur ganz viele Beispiele, wo das genauso ist. Die Länge von Flüssen, was auch immer. Das scheint irgendwie, die Frage ist ja, wo kommen wir her? Gibt es einen Gott und wer hat sich das alles überlegt? Und ist dieses angewandte, dieses Prinzip, das, was wir beobachten, was wirklich so ist, die Masse von Sternen. Das ist ja nicht der Kapitalismus, der die Masse von Sternen bestimmt. Aber ich finde, der Kapitalismus hält häufig her für Probleme. Oh, das ist kapitalistisches Kapitalismus. Wenn wir aber jetzt überlegen, also ich finde es immer faszinierend, wenn ich in Apotheke gehe und Schmerzmittel kaufe. Ibuprofen kostet halt irgendwie zwei Euro. Wie krass ist das? Wie viel Engineering und Know-how steckt dahinter, eine Ibuprofen-Tablette zu machen und die für zwei Euro, das ist halt selbst mit Mindestlohn, musst du dafür zehn Minuten arbeiten, um so eine Schmerztablette zu bekommen. Dann gehst du in Aldi, kaufst dir irgendwie für 79 Cent eine Mango, die halt um die halbe Welt geklappt worden ist. Und das heißt, selbst mit Mindestlohn kannst du eine Mango, ein Ibuprofen und keine Ahnung, hast sowieso ein Handy. Das ist so viel Luxus, der vor 500 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre, selbst für Könige. Und hast halt Schmerzen gehabt, ja, kommt keiner stillen. Heute zwei Euro. Das ist was sehr, sehr Positives, was der Kapitalismus gemacht hat. Das vergessen wir aber irgendwie. Ja, wobei ich aber auch sagen muss, dass das, glaube ich, in der westlichen Welt so ist. Ich glaube, die Frage ist ja, brauchst du überhaupt ein Ibuprofen oder gibt es da nicht vielleicht Sachen, die umsonst wachsen, die dir genauso helfen würden, was aber bei uns nicht verbreitet ist und was das System wegentwickelt hat. Das System, was auch immer das ist. Aber wenn, ja, vielleicht, aber nimm jetzt mal die Pflanze. So, wie viel Pflanzen willst du wo anpflanzen, dass es genug ist für 80 Millionen Menschen in Deutschland? Die Pflanze muss dann frisch sein, keine Ahnung. Du musst die haben, du musst die finden, du musst die anbauen versus, wir haben halt technologisch chemische Mittel entwickelt, die das in Massen für quasi keinen Preis raushauen. Und dass jetzt jede Pflanze in der Welt… Außer dem Preis der Welt. Ja, verstehe ich. Aber nur weil wir Profentabletten machen, geht ja die Welt davon nicht kaputt. Nicht nur von den Ibuprofen-Tabletten, ja. Von was geht die Welt kaputt? Ja, von dem Mechanismus, der, glaube ich, dahinter steht. Dass wir uns rausnehmen, dass wir für alle Menschen Ibuprofen-Tabletten produzieren möchten. Machen wir ja nicht mal für alle Menschen, aber das ist ja so ein bisschen der Vorsatz, was vielleicht auch gar nicht so sein sollte. Also ich habe das Gefühl, dadurch bringst du ja auch die Welt außer Balance, was sie uns ja auch zurückgibt. Also das ist ja, sehen wir ja, merken wir ja. Was ist denn wichtiger, die Welt oder die Menschen? Ja, ich glaube, das ist so, wie wir uns einschätzen als Mensch, der das Ego, was uns treibt, denken wir. Und auch ich am Ende des Tages würde wahrscheinlich den Menschen retten, aber das ist natürlich nicht, das macht im Großen, wenn du dir das von außen anguckst, ja absolut keinen Sinn. Aber das ist, glaube ich, so ein bisschen, wir sind ja noch nicht fertig, wir stecken ja mitten in der Evolution und ich glaube, das merkt man uns auch ein bisschen an, weil es halt diese Denkfehler gibt und wir uns nicht gegen diese Denkfehler wehren können. Ich meinte meine Frage ein bisschen anders tatsächlich und wir sprechen heute viel von Klima und wir müssen ja die Natur schützen, was ja alles richtig ist. So dabei, am Ende des Tages, der Erde wird es viel besser gehen, wenn es keine Menschen gäbe. Das heißt, wenn man Klimaschutz konsequent zu Ende denkt, das Beste, was du fürs Klima machen kannst, ist sich umbringen. Wir müssen wahrscheinlich einen guten Kompromiss finden. Genau und da, was heißt Kompromiss finden? Was ist die Aufgabe der Erde? Hat die Erde einen Selbstzweck? Wenn es quasi keine Menschen auf der Erde gäbe, also wäre das gut, wenn wir uns alle selbst umbringen würden, dann gibt es keine Menschen mehr und dann übernimmt die Natur wieder. Ist dann der Welt geholfen? So, ist, I don't know. Und es gibt sicherlich sehr radikale Ansichten, die sagen, ja, das wäre gut für die Welt und ich mache den ersten Schritt. Das ist wahrscheinlich der nächste Schritt. Und der einzige Grund, warum ich mir das Leben nicht nehme, ist, weil ich zehn Leute umbringe und dann habe ich was für den Planeten getan. Das wäre auch eine gute Storyline vor Gericht. Das kommt sicherlich vor. Also es gibt so Diskussionen, habe ich mal, keine Ahnung, wo ich das aufgeschaut habe, aber dass Menschen Klimaschutz so ernst nehmen, dass sie sagen, wenn ich die Treppe hochgehe, verbrauche ich mit meinem menschlichen Körper mehr Ressourcen, als wenn ich mit dem Aufzug fahre. Also ist es sinnvoller. Die CO2-Bilanz der manuellen Treppensteigen ist höher als der Aufzug. So, also sollte ich doch, um die, CO2-Bilanz ist super wichtig, den Aufzug nehmen und nicht die Treppe steigen. Ja, aber die Treppe steigen ist wieder gut für den Menschen. Ja, ja, klar. Was macht man? Ja. Und ich glaube, dass so das, was wir sind und was den Menschen ausmacht, so, dass das ein, also dieses ganze Bewusstsein, das wissen wir nicht, was das ist. Wir wissen auch nicht, was Natur ist. Ja. Aber einfach zu sagen, wir müssen jetzt Natur schützen und wir machen alles auf Kosten der Natur. Die Frage ist, ja, was ist wichtiger? Erde? Menschen? Sollten wir eher die? Ja, aber ist nicht die Erde einfach nur am Ende des Tages der Lebensraum für uns Menschen? Ja, klar, aber wir zerstören ja unseren Lebensraum. Deswegen müssen wir ja schon irgendwie, also wir können ja auch zerstören. Ich habe auch gar kein Problem damit, wenn wir aussterben und wenn morgen und die Konsequenzen uns überrollen. Ich denke mir immer, dann ist es halt so. Also ich bin da, ich habe da nicht so viel Emotional Attachment dazu, dass ich denke, wir müssen die ganze Welt retten und die Menschheit. Dann ist es halt die, die Lesson, die wir lernen müssen und wer weiß, wer davor schon tausendmal diese Lesson gelernt hat, so. Aber wahrscheinlich, wir müssen halt so einen Mittelweg finden, ja, wie wir es so lange wie möglich hier aushalten, ohne unseren Lebensraum komplett kaputt. Und den Lebensraum auch anderer, ja. Es geht ja nicht nur um unseren Lebensraum. Ich glaube, das ist halt wie alles im Leben die Balance, ja. Wenn wir anfangen, nur unseren Lebensraum zu schützen, aber nicht der, der Tiere, das geht ja auch nicht auf. Die brauchen wir ja genauso. Ja, verstehe ich. Am Ende des Tages sind wir ja auch Tiere. Ja. Und neulich mal die These gehört, dass ein Atomkraftwerk genauso Natur ist wie ein Biberdamm. Ja klar, es war ja auch schon alles hier, ja. Aber es war alles schon hier. Ja, woraus wir das Atomkraftwerk gebaut haben. Genau, und da ist die Frage, wann haben wir uns so quasi so weit aus der tierischen Welt herausentwickelt, dass wir für das Ganze Verantwortung übernehmen. Ja. So der Löwe, der fragt nicht, ob er das jetzt gut, wenn ich jetzt alle Tiere umbringe, die mir nicht weglaufen können. Dann bringt er einfach alles um. Genau, das habe ich tatsächlich auch in Kapstadt gelernt. Da hat mir jemand erzählt, dass die Löwen einfach auch jagen aus Spaß. Und wenn die einfach die ganze Zeit weiterjagen würden, dann hätte man keine Zebras mehr, blöd gesagt. Weil die jagen nicht nur, um ihren eigenen Hunger zu stillen, sondern einfach auch so. Ja. Müssen wir mal mit denen sprechen, bezüglich dem Klima. Genau, und das kann der Löwe, aber er versteht ja nicht, dass er dauerhaft sich selbst dadurch gefährdet, wenn er einfach alles umbringt und das jetzt heute verrottet, dann hat er in einem Jahr kein Zebra mehr. So, wir verstehen das, aber am Ende des Tages sind wir auch nur hochentwickelte Tiere. So, und wann ist Zeit für die Tiere aufzustehen, für uns Tiere aufzustehen und zu sagen, hey Leute, hier müssen wir mal, wir machen zu viel, aber wir machen schon irgendwie, wir gehen ja unserer Natur nach. Unsere Natur ist irgendwie Sachen lernen, uns fortentwickeln, uns ausbreiten. Ja. So, und irgendwann, das ist ja quasi eine Einschränkung unserer Natur, zu sagen, hey, wir könnten alle Zebras aufessen, machen wir aber nicht. Ja. Da halten wir uns zurück, weil wir irgendwie das rausgefunden haben durch Denken, dass das unklug ist. Ja. Ich glaube, dass wir uns einfach vielleicht viel zu schnell, das alles viel zu schnell machen, uns viel zu schnell weiterentwickeln. Hätten wir das vielleicht alles ein bisschen langsamer gemacht, dann hätten wir vielleicht bis dahin andere Tools, andere Gegebenheiten gehabt. Ich glaube, dass wir uns da ein bisschen selbst überholt haben. Kann man sich selbst überholen? Ja. Also man kann Sachen schon zu schnell machen. Du kannst ja auch eine Firma zu schnell, also es ist ja, wie auf Großen, es ist ja immer auf Kleinem und du kannst ja auch Firmen viel zu schnell wachsen lassen, merkst du ja genauso. Ja, aber das ist eine, wir können ja nicht die ganze Menschheit steuern. Nee. Und also die Menschheit ist halt die Summe der einzelnen Menschen und Tiere sozusagen. Und eine Firma zu schnell wachsen zu lassen, ist eine Entscheidung des jeweiligen Unternehmers. So und der hat eine Entscheidung getroffen, aber es hat ja kein Mensch für die Menschheit getroffen, kein Mensch für die Menschheit die Entscheidung getroffen. Die Entwicklungsgeschwindigkeit von uns soll so sein. Aber wir sind ja als Menschheit in ganz viele kleine Firmen unterteilt, ja. Also das ist ja schon irgendwie am Ende des Tages immer so eine Nicht-Firmen-Struktur. Jetzt werden die Leute sagen, wieso hast du einen Personalausweis? Aber das ist ja schon immer so, dass, ja, du hast dann die Regierung und darüber hinaus und es geht ja immer weiter, es sind ja immer wie so. Was war das gerade mit der Personalausweis? Das haben wir nicht verstanden. Das sagen doch Leute immer, dass Deutschland eine Firma ist, weil du hast ja einen Personalausweis. Bist du Personalausweis? Oh, wow. Ja. Das ist natürlich ein Argument, was wahnsinnig gut sich für den Personalausweis. Und in, ich meine Personalausweis übersetzt, ist halt irgendwie ID-Card. Und das heißt, Deutschland ist die einzige Firma, weil das Personalausweis, okay. Ja, ja. Okay, das ist natürlich, überzeugt mich. Das ist wirklich ein sachkundiges Argument. Ja, aber wir agieren ja nicht als geballte Menschheit die ganze Zeit. Es sind ja schon immer so einzelne Untergruppen. Es sind ja auch einzelne Menschen, die einen Riesenunterschied machen, ja. Und wir müssen aber auch gucken, dass einzelne Untergruppen uns nicht überholen. Wenn wir jetzt als Unternehmen Deutschlands sagen würden, ja, lass uns mal nicht so schnell entwickeln, lass mal keine besseren Jets bauen, keine besseren Handys. Wir machen mal, weil das ist nicht so gut. Genau. Dann, gute Nacht, Marie, relativ schnell. Ja, und das ist ja so ein bisschen das Problem. Dass es diesen Wettkampf gibt, Wettrüsten. Ne, dass du, das ist ja, und deswegen sage ich, das ist ja, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass das alles sehr, sehr schnell geht. Und wirklich, wie du sagst, eigentlich ist es ja ein Wettkampf. Ja. Wenn man das auf eine Sportart quasi, eine Sportart vergleicht, kann man da sozusagen, man kann zu viel trainieren und sich dadurch selbst schaden, aber im Zweifel, wenn man abgehängt wird von den Leuten, die halt mehr und besser trainieren, dann ist man halt nicht mehr, gehört man nicht mehr zur Spitze. Und dann kann man sagen, ja, ich laufe noch gerne, was auch immer, aber ich bin kein Spitzensportler mehr. Ja, es ist ja die Balance, wie bei allem, allem im Leben, auch beim Sport. Ja, du musst halt, so mehr du in der Mitte bist, desto besser ist es. Von nichts ist viel, zu viel gut. Ja, verstehe. Deswegen ist auch, wäre auch nicht gut, wenn jedes Jahr für mich laufen würde wie 2022. Aber meine Argumentation folgend wird 2023 wesentlich besser als 2022. Genau, das ist deine Argumentation? Weiß ich nicht. Also war in meiner Vergangenheit nicht so. Also, ja, klar, tendenziell habe ich das Gefühl, es geht immer weiter nach oben, aber ich glaube, das ist auch viel meine Interpretation und mein Mindset. Ich weiß nicht, ob das jeder so bewerten würde. Wie ist es denn für dich? Hast du das Gefühl, dein Leben geht in Wellen, aber tendenziell wird es immer besser? Ja, drastisch. Drastisch. Guter Kurvenanstieg, ja, die letzten Jahre. Ja, absolut, absolut wahnsinnig. Obwohl das sehr schwierig und anstrengend war, aber halt durch viele Entscheidungen und am Ende des Tages passieren, also, ich glaube, also, sorry, ich habe verschiedene Gedankengänge dazu. Das Wording, Probleme gleich Veränderung, glaube ich, ist nicht korrekt. Ja. Weil du kannst zum Beispiel, nehmen wir jetzt mal das Beziehungsbeispiel, du kannst in einer schlechten Beziehung sein, über 20 Jahre, das ist ein Riesenproblem. Das ist überhaupt keine Veränderung. Aber die Konsequenz daraus ist eine Veränderung. Die Konsequenz ist eine Veränderung, ja, aber das Problem ist eigentlich die Konstanz, dass du in einem problematischen Stadium verweilst. Ja, verstehe. Und deswegen ist die Veränderung möglich, ist eine Chance auf Verbesserung. So, aber … Ja, ich verstehe. Ich glaube, mein Wording ist so, weil ich Probleme, also, ich selbst verweile nicht sehr lange in Problemen. Du bist ja auch nicht wütend. Genau, ja. Oh mein Gott. Das glaubt mir keiner. Doch, das glaubt mir. Ja, glaubst du mir das? Ja, und ich, also, ich, ich, wenn ich die Macht habe, man hat ja immer die Macht, irgendwas zu verändern. Das will ich jetzt auch nicht mehr generalisieren, ne? Das schreibt jemand in den Kommentaren, aber meine Geschichte so und so. Wie viel Angst man hat, das ist ja ganz lustig. Alle, die hier sitzen, haben Angst vor negativen Kommentaren, mich eingeschlossen. Nee, nicht negative Kommentare, aber du weißt ja mit allem, was du sagst, dass es immer jemanden gibt, oder auch sehr viele gibt, die eine total gegenteilige Erfahrung gemacht haben und du möchtest denen das nicht absprechen. Also, ich habe nicht Angst, dass mir jemand ein dummes Kommentar schreibt, sondern ich möchte, möchte Leuten nicht absprechen, was sie erlebt haben. So, und das ist, glaube ich, eher ein bisschen das. Aber du kannst ja von, von, von dir sprechen, deine Erfahrung am Ende des Tages, wenn jemand sagt, oh, ich habe aber eine schlechte Erfahrung gemacht, die war anders als deine, dann. Aber den Disclaimer vergisst man immer, das ist ja bei jedem, bei allem immer, wenn du ein Interview führst oder Podcast oder sonst was. Also, für was muss man als Disclaimer machen, ne, so, also, zu sagen, es könnte sein, ne. Aber du hast doch schon schon mal selbst was gesehen, was dich total aufgeregt hat und wo du dich total unverstanden gefühlt hast und gesagt hast, wie, wie können die da sitzen und das sagen und das ist total unreflektiert und wie kann das sein, dass man. Ja, ständig. Ja, siehst du, und das ist, weil man ja, glaube ich, selbst die Erfahrung gemacht hat, versucht man es auch ein bisschen besser zu machen. Ja, aber wenn du sagst, ich habe die Erfahrung gemacht, dass. Ja, genau, aber da müsste ich jeden Satz so anfangen. Genau, aber deswegen folgt für mich, dass es so und so sein könnte, dass nichts auf der ganzen Welt ist für alle Menschen gleich. Ja. So, für manche Menschen, keine Ahnung, ist Wassergift, keine Ahnung. Ja. Dann kann sich sagen, trink mehr Wasser. Ja, aber der eine hat eine Wasserallergie. Klassiker. Klassiker. Der eine hat eine Wasserallergie. Ja. So, ja. Anyhow. Ja, viel ist, glaube ich, also jeder seines Glückes Schmied, glaube ich, ist durchaus wahr, aber ich sehe auch, tatsächlich lerne ich echt viel durch meinen eigenen Podcast. Ali zum Beispiel, Ali Garib hat gesagt, jeder seines Glückes Schmied. Soran hat gesagt, deine Gene machen das Ding und ich glaube, es ist eine Kombination. Ich glaube, das ist ein Mittelding, das ist die Balance. Ja, ich glaube schon, aber ja, ich glaube, wieso, ich habe auch gerade darüber nachgedacht, wieso unser Leben wahrscheinlich auch tendenziell weiter nach oben geht, ist, weil wir ja die Erfahrungen machen und uns entscheiden, daraus zu lernen und das Gelernte anzuwenden. Und das fällt, glaube ich, nicht jedem so leicht wie vielleicht uns. Also nicht, dass es uns, also vielleicht fällt es uns auch nicht leicht, manchmal ist es auch schwer, wie du gesagt hast, aber ich glaube, das können nicht alle. Und vielleicht ist das auch der Grund, wieso wir beide das Gefühl haben, dass das Leben tendenziell nach oben geht, weil umso länger wir leben, desto mehr haben wir gelernt und desto mehr können wir das anwenden. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Ja, und das ist interessant. Das ist tatsächlich eine Erfahrung, die ich auch des Öfteren jetzt in letzter Zeit gemacht habe, dass, wenn ich denke, also wenn ich irgendwie, du hast gesagt, du verweilst nicht vielen Problemen. Aber ich habe auch das Gefühl, wenn mir irgendwas nicht passt und wenn ich ein Problem habe, dann fuckt mich das so ab, das Verweilen, dass ich sehr, sehr getrieben bin, das zu lösen. Ja, ich auch total. Und es gibt einfach, also ich denke mal, wenn ich dann, wenn mir jemand sagt, Benjamin, also ich sage mal meinen Mitarbeitern, wenn ihr glaubt, ich bin ein blöder, arroganter Idiot, weil du sagst, dummer Affe ist eigentlich das Wörter, was ich gerne benutze, dann sagt mir das und sagt mir auch, warum ihr das glaubt. Ja. Und wenn ihr mich überzeugt, dass das so ist, ja, ich will kein blöder, dummer, arroganter Affe sein, dann ändere ich das. Ja. Und ich glaube aber, das ist es, und deswegen freue ich mich, wenn mir das jemand sagt, dann würde ich mir sagen, warum, erklär es mir und meistens, nicht immer, aber meistens halt Quatsch. Ich glaube, wir sind da sehr ähnlich. Die Frage, die ich mir aber auch oft stelle, ist, wie fair ist das den anderen gegenüber? Weil ich bin halt, ich sage halt sofort, wenn mich was stört. Ich kann das auch gar nicht in mir halten. Das ist wie so eine körperliche, das ist so wie Wortkotze, das kommt aus mir raus so. Ich habe aber das Gefühl, dass ich dadurch ganz oft super viel Raum einnehme. Und ganz oft, und das merke ich dann erst, wenn irgendwie nach einiger Zeit jemand dann zu mir kommt und sagt, ey, ich habe auch das, 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 das. Aber ich habe halt nicht die Fähigkeit, so wie du, das direkt zu artikulieren. Und dann kommst du und du sagst schon bei der kleinsten Kleinigkeit was. Und dann fühle ich mich so, wow, ich habe das, das, das. Und du beschwerst dich über das. Verstehst du jetzt zum Beispiel in einer Partnerschaft oder vielleicht auch im Mitarbeiter oder sonst was. Ich habe das Gefühl, dass man dadurch auch super viel Raum einnehmen kann, weil man bei jeder Kleinigkeit blöd gesagt, und ich mache es wirklich auch bei Kleinigkeiten, sage ich sofort, wenn mich was stört. Aber das machen, ich glaube, die wenigsten so. Quote, Quote, als du gerade hier reingekommen bist und die Pizzakartons hier standen, wie viel Pizza kann man essen? Und du hattest es genau deswegen gedacht. Und ich habe den gleichen Gedanken gehabt, ja, total. Und das nicht auszusprechen. Und du, und ich schreibe gleich eine Nachricht. Weißt du, was ich meine? Obwohl das auch nicht mein Leben beeinträchtigt oder sonst was. Aber ich habe mir das halt gedacht, ich habe das gesehen, ich kommuniziere das. Aber die Leute haben bestimmt ganz, ganz viele Sachen, die sie gerne mit mir kommunizieren würden und machen es nicht und denken sich dann, okay, aber ich kriege jetzt hier direkt wieder einen Kommentar wegen den Pizzakartons. Ist ja nicht unser Problem, ja, dass die Leute das vielleicht nicht so schnell artikulieren können, möchten oder sonst was. Aber ich habe das Gefühl, dass man dadurch manchmal sehr viel Raum einnimmt. Ja, die Frage ist halt, was ist die Verantwortung des Einzelnen? Ja, ja. Und wenn die Verantwortung des Einzelnen ist, sich selbst, also ich glaube nicht, dass es ehrenhaft ist, seinen Unmut über etwas runterzuschlucken und dann zu sagen, ja, ich bin halt nicht so, dass ich das artikuliere. Ja, das ist scheiße, du solltest es aber, das ist dein Problem, wenn du es nicht artikulierst. Ich kann dir helfen, das zu artikulieren und wir können irgendwie daran arbeiten, aber das ist keine Eigenschaft, in der man verweilen sollte zu sagen, wenn ich ein Problem habe, dann schlucke ich das runter, weil ich ein guter Mensch bin. So, nee, bist ein Otto. Das solltest du nicht tun. Aber ich glaube, es ist wieder die Mitte, weil ich habe, guck mal, das ist mein eigenes Zitat, das habe ich mir letztens zusammengebastelt. Man sagt ja immer, wenn jeder sich um sich selbst kümmernd ist, für alle gesorgt. Das ist ja so ein Spruch. Und dann habe ich mir so ein bisschen bildlich vorgestellt, wenn es Glatteis gibt und jeder vor seiner eigenen Tür streut, ist nicht überall gestreut. Und zwar der Weg zwischen den Türen ist Glatteis. Und so ist es, glaube ich, ein bisschen. Und ich glaube, dass es nicht Sinn macht, und das habe ich auch ein bisschen in 2022 gelernt, nicht sofort alles rauszuballern, was mich stört, sondern erst mal einen Moment zu denken, wo ist die andere Person, in welchem Moment gerade? Gibt es vielleicht einen besseren Moment, in dem ich das kommunizieren könnte? In welcher Lebenssituation ist der? Was ist da gerade los? Also auch die andere Person mit einzubeziehen, bevor ich etwas kommuniziere, was für mich nicht so toll war. Ist es nicht anmaßend, zu glauben, den anderen so zu verstehen, dass ich sage, okay, jetzt ist der Zeitpunkt für den anderen richtig und dass man das versuchen kann? Ich verstehe, was du meinst, aber es gibt ja schon sehr obvious Sachen, ja? Verstehe ich. Also keine Ahnung, du hast jetzt einen Mitarbeiter, der hat jetzt gestern hatte die Bräume. Gerade ist Mutter tot und dann sagt jetzt nicht, du hast dann… Also pass mal auf, wir müssen hier eine Präsentation… Der Buchstabe war nicht groß geschrieben. Ja, ja, so halt, ne? Also ich, man sollte, glaube ich, keine, wie sagt man, sich nicht benehmen wie die Axt im Walde. Ja. Aber so grundsätzlich, habe ich zumindest die Erfahrung gemacht, dass wenn man anders… Ich habe mich in den letzten Tagen gefragt, ob es Toleranz gibt. Mhm. So, ist, was ist der Unterschied zwischen Toleranz und Ignoranz und einfach nichts sagen? Mhm, ja, verstehe. Weil ich glaube, dass viele Menschen etwas nicht ausdrücken, gerade jetzt in den ganzen modernen Dings, aber früher hat man, keine Ahnung, als ich in der Schule war, war das große Thema Ausländer. Also Ausländerfeindlichkeit, das war das große Ding. Und keiner wollte auf hier irgendwie ausländerfeindlich sein, so. Warst du auch Schule ohne Rassismus? Schule mit Courage oder wie? Du hast doch immer dieses… Man hat doch immer die Sticker da. Nee, sowas hatten wir damals noch nicht. Das war, damals war, also hier diese ganzen Nein-zu-Rassismus-Dinger hier in Köln, die überall hängen, die sind eher neuer. Aber so, in meiner Schulzeit war das ein großes Thema. Trotzdem, also das heißt, man hat sich gut benommen und man hat nichts gesagt, was in irgendeiner Weise ausländerfeindlich sein könnte oder interpretiert sein könnte. Das ist ja nicht Toleranz. So, Toleranz, so, wenn du dann merkst, da kommt jemand, den du irgendwie komisch findest und dann sagst du nur nichts dazu, ist ja keine Toleranz. Nur weil du es nicht ausdrückst, du guckst vielleicht noch, man, 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 so, wir tolerieren einfach alles. So, und was, hier und da, vielleicht werden wir ein bisschen moderner und dann schließe ich es ab. Also diese ganze, das, heute, diese ganze Toleranz gegenüber allen, alles Instagram ist voll mit hier Regenbogen, alles Multikulti, je mehr, desto besser. So, und aber was ich merke in jungen Menschen, die so um die 20 sind, dass die echt homophob sind, sehr häufig, im Außen hyper-tolerant, aber im Innen sagen, ey, das kann doch nicht richtig sein. Das ist doch irgendwie gegen die Natur und wie crazy ist das. So, das sind aber, das heißt, die sind nicht tolerant, sondern die sind einfach verhaltensangepasst. So, und Verhaltensanpassung und Toleranz, und das ist, glaube ich, meine Kernthese, das ist was anderes. Und die Frage ist halt, wenn dich etwas stört, kannst du das wirklich tolerieren oder kannst du nur dein Verhalten anpassen? Und ich glaube, dass, wenn du es nur tolerierst, sorry, wenn du nur dein Verhalten anpasst und es nicht intrinsisch tolerierst. Das ist schlimmer, als würdest du so. Und dann nimmst du das mit und dann, warte mal zehn Jahre, was dann passiert. Und du, du wirst halt so dann richtig gräulig. Ja. Irgendwann kommt es dann raus. Ja. Und dann, keine Ahnung, gerade gibt es eine riesen, riesen Eskalation. Und dann verstehst du vielleicht am Ende des Tages, warum das eigentlich gar kein Problem war. Und dann bist du nach den zehn Jahren wahrhaft tolerant. Aber erst nachdem es eskaliert ist. Weil du einfach am Anfang nur das Verhalten angepasst hast. Ja. Und ich glaube, das ist ein großes Problem unserer Zeit, dass wir ein tolerantes Verhalten gleichsetzen mit Toleranz. Und viele Sachen tolerieren Menschen nicht. Ja. Und können vielleicht auch gar nicht. Das ist auch etwas, was ich, ich glaube, aber auch in den letzten beiden Jahren lernen musste. Also ich habe auch, wo du gerade darüber gesprochen hast, so ein bisschen reflektiert. Und ich tendiere immer dazu, Sachen zu tolerieren, die ich irgendwie selbst erlebt habe. Oder mit denen ich mich selbst identifizieren kann. Moment, du hast Verständnis dafür. Ja, aber ich toleriere dann auch die, was daraus folgt. Also jetzt ganz blödes Beispiel, ja. Ich hatte ja selbst schon dreimal Burnout. Und wenn ich merke, ein Mitarbeiter, der ist überarbeitet, dem geht es mental nicht gut. Also aus dem Burnout resultieren ja auch super viele. Hast du irgendwie Depressionszustände und sonst was. Und dafür habe ich total Toleranz, ja, wenn ich das bei Mitarbeitern merke. Das heißt, die können auch, das darf keiner von denen sehen, ne. Also wenn die auch drei Monate, wenn die auch drei Monate. Ihr arbeitet bei Space und fragt euch, wie viel Freie ihr nehmen könnt. Ja, genau. Hört jetzt zu, denn Kim erklärt euch genau, wie ihr es macht. Aber das ist genau das, was ich sagen will. Wenn ich halt merke, die Underperform vielleicht auch drei Monate lang. Das ist, also wirklich von mir innen drin, denke ich nichts Negatives darüber. Weil ich das total toleriere, weil ich das verstehe, weil ich das nachvollziehen kann. Moment, du hast, nehmen wir mal das Beispiel. Du hast einen Underperforming-Mitarbeiter für drei Monate. Ja. Wann tolerierst du und wann actest du? Nach drei Monaten. Das ist die Grenze, Leute. Aber die Frage ist doch, warum underperformt jemand? Genau, genau. Wo siehst du die Burnout-Indikation? Und wann würdest du denken, oh, das ist Burnout, so wie ich ihn hatte? Ja. Und da muss ich vorsichtig sein und wo ist vielleicht einfach … Also ich habe zum Beispiel total Toleranz bei Mitarbeitern, bei Liebeskummer. Ich finde, das ist, und das wahrscheinlich super viele Leute können das nachvollziehen. Wir hatten ja alle, nicht alle, viele von uns hatten bestimmt schon mal ganz starken Liebeskummer. Und da, du kannst gar nicht irgendwie dann gut bei der Arbeit performen, bestimmt auch manche schon, weil die dann überkompensieren. Es gibt manche, die mit Liebeskummer richtig gut sind. Ja, genau. Aber ich persönlich, ich musste mich dann immer zurückziehen und die Sachen haben auch einfach nicht funktioniert und mein Gehirn hat nicht richtig funktioniert. Und da, wenn ich das mitbekomme, habe ich dafür sehr viel Toleranz. Also das ist, da gebe ich den Leuten schon immer … Und das ist die Frage, es war bis jetzt nie so ein Problem, dass ich acten musste, aber es sind immer so ein, zwei Monate, ist es für mich in Ordnung, ja. Und natürlich ist aber auch der Umgang, ich muss ja auch irgendwie mitbekommen, ja. Also ich muss es irgendwie mitbekommen, um es tolerieren zu können. Und bei Burnout merke ich das halt, woran ich es immer ganz stark merke, ist irrationale Überreaktion. Also wenn Leute ganz plötzlich, ganz leicht von etwas extrem überfordert sind, vor allem von etwas, was eigentlich nie ein Problem war. Daran merke ich immer sehr stark, dass Leute, wenn sie überarbeitet sind, ist das immer ein sehr krasser Indikator für mich. Kann das nicht ein guter Indikator auch sein für alles andere, was … Also jemand, der einfach emotional aufgewühlt ist. Du bist irgendwie überstimuliert und deswegen passiert das, ja. Und dann natürlich, wenn du merkst, die Leute werden öfter krank. Die Leute performen einfach generell, irgendwas ändert sich an der Performance. Dann sind sie noch sehr irritiert. Dann kommt es auch oft zu Emotionsausbrüchen. Das war bei mir auch so, also als ich Burnout hatte. Wie war das dann erst, lass mal zurückgehen, du sagst, dass du dreimal Burnout gehabt hast. Ja, also ich glaube, das ist wie, wenn du einmal dein Bein gebrochen hast. Das ist ein schlechtes Beispiel, weil Knochen werden stärker danach. Aber dreimal Burnout haben ist halt auch so eine Formulierung. Ich glaube, wenn du es einmal hast, ist es immer etwas, was du mit dir trägst. Und ich glaube, du kannst nie wieder auf die 100 Prozent, die du hattest. Aber es gibt auf jeden Fall akute Phasen und dann Phasen, wo du es nichts mehr hast. Krass, wenn man einmal ein Burnout hatte und lustigerweise, ein Thema vom Anfang, was heißt lustigerweise, aber ironischerweise, those who have nothing, from those who have nothing, everything will be taken. Wenn du einmal ein Burnout hattest, ist nicht die Wahrscheinlichkeit höher, dass du keins mehr hast, weil du hattest schon eins. Bist du am Arsch. Sondern, dass du mehr davon hast. Ja, auf jeden Fall. Kein Kapitalismusproblem, by the way. Burnout? Ja, aber nein, nein, Moment. Ja, dass ich das weiter, ja. Kapitalismus indiziert, möglicherweise, aber vielleicht auch nicht. Sorry, ich weiß zu wenig über Burnout, aber das ändert sich jetzt, weil du gerne erzählst, wie war das für dich? Also mein Burnout, Burnout kann ja auch verschiedene Gründe haben. Meins war definitiv mit der Arbeit verknüpft und das erste Mal hatte ich Burnout, als ich 21 war. Und das war, als ich meine erste Firma gegründet habe, wo wir letztens darüber gesprochen haben. Und irgendwann ich zusammen mit meinem damaligen Geschäftspartner 16 Künstler betreut habe. Und das merkst du ja schon, das geht nicht auf. Und irgendwann war es einfach zu viel. Und ich wusste aber ganz lange nicht, dass es Burnout ist, sondern das hat bei mir angefangen. Und es ist heute immer noch so. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Burnout-Patienten ist, ob es ein ähnlicher Ablauf ist. Bei mir ist es immer Magenkrämpfe, kommt als erstes. Das ignoriert man aber ganz oft. Also Magenkrämpfe hat man ja aus allen möglichen Gründen. Deswegen tendiert man oft dazu oder ich tendiere oft dazu, das zu ignorieren. Wir bleiben mal bei ich und nicht beim Mann, wenn ich mir das wünschen darf. Dann bekomme ich Migräne. Und die, also damals habe ich die auch ignoriert. Oder ich dachte halt einfach, ich habe Migräne. Also ich habe noch keine Verknüpfungen gemacht. Und dann nimmst du eine Aspirin oder was dir auch dagegen hilft. Und dann machst du weiter. Und dann habe ich Panikattacken bekommen das erste Mal in meinem Leben. Ja, also ich habe auf einmal, irgendein Moment hat mich getriggert. Und ich habe Schnappatmung bekommen. Ich habe ganz schnell einen Herzschlag bekommen, kalten Schweiß bekommen. Und ich wusste nicht, was passiert jetzt, wieso passiert das und wie kann ich mich beruhigen. Das heißt, rückblickend habe ich gemerkt, mein Körper hat immer krassere Sachen versucht zu wählen, um mich von der Arbeit fernzuhalten. Ja, also okay, Magenkrämpfe funktioniert nicht, die arbeitet weiter, Migräne funktioniert nicht, ich mache immer mal Panikattacken. Wie ist so eine Panikattacke abgelaufen? Irgendwas ist, also es hat immer schon Auslöser gehabt, aber nicht arbeitsmäßig. Sondern damals war es, wenn, das ist jetzt auch nur langs Drüber, wenn mein damaliger Partner den Raum verlassen hat oder wenn ich das Bild von ihm gesehen habe, wie er durch eine Tür geht und die Tür sich schließt. Das hat ein bisschen damit zu tun, dass ich das Bild in meiner Kindheit mehrmals gesehen oder eben nicht gesehen habe, wo männliche Personen weggegangen sind und ich nicht wusste, wohin und die sind nie wiedergekommen. Also zum Beispiel mein Vater ist ausgezogen, ohne dass ich viel darüber Bescheid wusste oder auch davor habe ich noch so eine Art, mit dem ich aufgewachsen bin, noch einmal von dem einen auf den anderen Tag nie wieder gesehen. Daher kommt das so ein bisschen, habe ich dann in der Therapie herausgefunden. Damals habe ich gar nicht verstanden, wieso, wenn mein Partner durch die Tür, durch die Zimmertür geht, ich eine Panikattacke bekomme. Aber das ist dann hochgekommen. Das war zum Beispiel einer der Auslöser und die Symptome, wie ich sie gerade beschrieben habe. Und dann geht es aber auch irgendwann wieder vorbei. Also die beruhigt sich dann auch wieder, die Panikattacke. Wie lange dauert das ungefähr? Also von Partner verlässt den Raum zu du bist wieder klar? Schon eine Stunde. Also es ist keine Stunde von der Attacke. Das sind dann schon so 15 Minuten, sage ich mal, die Attacke selbst. Aber danach bist du so, was ist mit mir passiert? Wieso ist das gerade passiert? Du musst erst mal richtig wieder runterkommen. Bist du dann klar in der, also ich versuche mich da gerade so reinzufühlen. Partner geht durch die Tür und dann Schnappatmung setzt ein. Herz schlägt schnell, kalter Schweiß. Dadurch, dass das Herz so schnell schlägt, atmest du auf einmal sehr flach und nicht mehr tief. Und dadurch wird ja dann nochmal alles schlimmer. Und dann, also mir ist es sehr, sehr schwer gefallen, mich selbst zu beruhigen am Anfang, weil ich auch noch nie sowas hatte und ich wusste, was das ist. Mein damaliger Partner hat mir dann sehr geholfen und gesagt, wir atmen jetzt mal zusammen. Und als ich dann mit ihm zusammengeatmet habe, ging die Attacke dann runter. Aber ich hatte es auch teilweise so, dass, wenn wir zum Beispiel Konfliktsituationen hatten, kamen die Panikattacken dann später auch und dann war es schwer, dass er mich beruhigt, weil wir gerade einen Konflikt hatten und der seinen eigenen Space brauchte. Und dann hat es manchmal schon 20 Minuten gedauert, bis ich mich mal selbst fangen konnte und sagen konnte, okay Kim, langsam atmen. Aber wegatmen hat mir Gott sei Dank immer geholfen. Warst du dann klar, warum das passiert? Oder hast du nur entdeckt, ich atme schnell, mein Herz schlägt schnell? Nee, ich habe es nicht verstanden. Ich habe es erst in der Therapie dann zusammensetzen können. Ach krass. Weil wir dann durchgegangen sind, welche Situationen, was ist davor passiert. Und dann, das ist ja auch relativ klar, wenn man es jetzt zusammensetzt, ist es christelklar, aber da habe ich das gar nicht verstanden. Ja. Und die habe ich dann aber auch ignoriert. Also beziehungsweise, ich habe nichts an meinem Leben verändert, sondern einfach gedacht, okay, ich habe jetzt Panikattacken. Hatte ja nichts mit der Arbeit zu tun. Genau. Dein Partner verlässt den Raum, wieso soll ich deswegen weniger arbeiten? Ja, ich hatte jetzt halt Panikattacken. Und dann kamen so depressive Zustände. Das heißt, dass ich wirklich sehr emotionslos war und ich auch keine Lust hatte mehr. Also ich habe meine Haare zum Beispiel nicht gekämmt. Ich war nicht duschen. Also meine Haare haben angefangen zu verfilzen. Also wirklich, du gibst irgendwie alles auf, außer die Arbeit, weil sie mir Spaß gemacht hat. Und damals warst du aber noch quasi nicht mit mehreren Leuten in einem Raum, die vielleicht gesagt hätten… Nein, ich habe von zu Hause gearbeitet, ja. Okay. Genau. Und nur mein Partner hat das gesehen. Er hat dann auch meine Haare ausgekämmt und auch gesagt, komm, wir müssen duschen gehen, du musst was essen. Ah krass. Also wirklich so einen Pflegerjob übernommen. Und dann, nachdem ich dachte dann, okay, ich habe halt Depressionen. Das war damals auch so die Hochzeit von, man fängt an im Internet über diese Krankheiten zu sprechen, mentalen Krankheiten. Und irgendwie hatte das dann gefühlt jeder, weil es immer so präsent war, und dachte ich, gut, ich habe es halt auch so. Scheint ja nichts Ungewöhnliches zu sein. Und dann ist es halt wirklich irgendwann gekommen, dass ich suizidal geworden bin. Ja, also ich hatte kein Interesse mehr zu leben. Ich hatte… Das war nicht relevant für mich. Und es gab dann auch Momente, in denen ich nicht mehr leben wollte. Das war dann auch irgendwann ein Moment, wo ich meine Mama angerufen habe und gesagt habe, du musst mal vorbeikommen, weil ich irgendwie… Wir müssen mal darüber reden. Sie war auch sehr überfordert, natürlich von der Situation. Und es gab nie einen ernsthaften Suizidversuch. Aber es gab diese Gedanken, beziehungsweise diese Gedanken haben nicht… Also waren mir egal. Also es wäre nicht schlimm gewesen. Und dann hat mein damaliger Partner gesagt, guck mal, entweder gehst du zur Therapie oder ich rufe einen Krankenwagen und wir müssen jetzt irgendwas machen. So. Dann bin ich zur Therapie gegangen. Und direkt in der ersten Stunde hat die gesagt, da haben wir ein paar Fragen gestellt, die hat gesagt, keine Sorge, mit dir ist nichts irgendwie, du musst jetzt keine Sorge machen, mit dir ist nichts falsch, du musst weniger arbeiten. So. Das war der Frau sofort nach der ersten Stunde. Ist ja klar. Wie krass. Und dann habe ich gesagt, okay. Dann hat die mir ein paar Tipps gegeben, mach dein Handy auf Flugmodus abends, arbeite nicht im Bett, setze dich an, schreibe, also wie ein ganz normaler Mensch Sachen machen sollte. Habe ich das so gemacht. Dann hat sie gesagt, such dir was, um deinen eigenen Tank wieder aufzuladen. Das war für mich dann in die Therme gehen, ins Kino gehen. Ich habe das gemacht und nach fünf Wochen ging es mir wieder gut. Hast du dann aber weiter gearbeitet oder hast du irgendwann, warst du ganz raus, Marjohan? Ich habe ja dann die Firma verlassen und da hatte ich dann, ich habe nie aufgehört, ich habe nie ganz aufgehört zu arbeiten, aber es gab eine Periode von nur noch zehn Prozent auf jeden Fall. Und das … Aber zehn Prozent von dir heißt dann ungefähr so zehn Stunden die Woche? Ja, ja. Also die Arbeit, die man dann machen muss, um eine neue Firma vorzubereiten. Aber das war nie, das hat mir immer mega Spaß gemacht. Also ich hatte nie Erschöpfung der Arbeit gegenüber, immer nur dem Leben gegenüber. Verstehst du, was ich meine? Ja, interessante Differenzierung. Du hattest keine Erschöpfung der Arbeit gegenüber, sondern dem Leben gegenüber. Und dadurch hast du auch die Symptome nicht gesehen. Ja. Weil ich will nicht mehr leben. Ich wäre niemals darauf gekommen, dass das mit der Arbeit zusammenhängt. Weil das war ja im Zweifel das Einzige oder nicht das Wichtigste deines Lebens. Ja. Aber das ist auch ein bisschen die Krux da dran. Dadurch, dass mir das so viel Spaß macht und ich das so gerne übermäßig mache, kann das halt schnell dazu führen, wenn das dann sowas passiert. Könnte man sagen, dass ein Burnout quasi so ein bisschen, das ist wie, wenn Arbeit zur Droge wird, dass man arbeitssüchtig wird? Oder ist das etwas anderes? Ich glaube, das kann, für mich ist das so, aber ich glaube, das ist einfach, wenn dein Körper überfordert ist von dem, was du mental stemmen musst. Also da war das erste Mal, und das habe ich damals nicht realisiert, das habe ich tatsächlich erst so, dann so 2000, also im nächsten Burnout-Akuten habe ich das realisiert, dass mein Körper genauso wichtig ist wie mein Kopf. Und da gab es eine Diskrepanz einfach. Also wir tendieren ja auch in der heutigen Zeit uns dazu, uns so viel zuzuführen. Allein TikTok-Scrollen ist ja, wenn du mal daneben sitzt und nicht auf TikTok bist und der neben dir ist auf TikTok und der scrollt, du wirst ja wahnsinnig. Also das weiß man gar nicht, wie der das verarbeiten kann. Ja, verstehe ich. Dein Gehirn wahrscheinlich auch nicht. Und da, ich glaube, Burnout fängt halt da an, wo dein Kopf so massiv überfordert ist, sei es mit familiären Problemen, mit Kinderbetreuung, Kindererziehung, Arbeit und dein Körper sagt, ey, das geht nicht mehr, geht nicht mehr weiter, stopp. Und dein Körper fängt an, sehr stark mit dir zu reden und dein Körper zwingt dich dazu, aufzuhören zu arbeiten mit immer stärkeren Maßnahmen. Gibt es irgendwie, ich überlege gerade, ob es Leute gibt in noch anstrengenderen Situationen, wie beispielsweise Soldaten im Kriegseinsatz, kriegen die ein Burnout? Ich kann mir vorstellen, dass das bei denen so ein bisschen nach hinten verlagert wird, weil sie durch die Akutheit der Situation das einfach, sage ich mal, durchziehen und dann hinten raus natürlich posttraumatische Belastungsstörungen haben. Ja, aber ich glaube, auch so Hedgefonds oder sowas, das ist, glaube ich, auch, glaube ich, so ein Typ. Koch ist, glaube ich, der krasseste Burnout-Beruf. Ach, krass. Koch. Ja. Ja, verstehe ich. Es ist alles immer zeitkritisch, wenn du die Soße für eine Minute zu lange darauf lässt. Du bist ja auch die einzige Person da, die, du bist ja der Koch, ne? Der Megadruck. Ja. Sehr, sehr direktes Feedback, wenn du es halt verkackst, dann kommt der Kellner und sagt, wieso schmeckt das so scheiße, dann kommt der Gast. Auch, glaube ich, sehr wenig Positives, positive Rückmeldung, ne? Du bekommst es ja nicht wirklich mit, so. Ja. Ja, das ist, glaube ich, der krasseste Burnout-Beruf. Wäre gut, wenn die, morgen die superintelligenten Menschen Kocher unterbauen würden, ne? Ja, aber, ja. Ja, ich glaube, das wäre echt ein, die ganzen armen Köche, deren Leidenschaft das ist, aber das ist, glaube ich, echt, wo man jemanden gut ersetzen könnte, ne? Der hätte ich. Ja, aber leidenschaftlich kochen ist ja was anderes, als im Restaurant quasi industriell kochen. Ja. Das ist vermutlich eine... Ja, aber ich glaube, viele Köche lieben auch ihren Job. Verstehe ich. Aber der Körper kann das halt nicht mitmachen, ja? Das ist halt irgendwann too much. Und dann bist du, warst fünf Wochen quasi so, ich sag mal, fast raus, aber du warst jetzt nicht in der Klinik draußen ohne Handy. Und dann habe ich gemerkt, die Dame hatte Recht. Okay. Ja, also das liegt wirklich daran, weil ich dann ihre Tipps befolgt habe und dann ging es mir auf einmal besser. Wie lange hast du damals gewartet zwischen, du hast da angerufen bei der Therapeutin und du hast einen Termin bekommen? Ja, das war eine private Therapeutin und ich bin direkt am nächsten Tag hingegangen. Ach, krass. Ja. Das war auch eine Empfehlung von einem damaligen Freund und das waren sehr kurze Wege, Gott sei Dank. Und also ich habe da auch gar nicht drüber gedacht, jetzt über das Krankensystem zu gehen, weil das war so akut. Und da bin ich direkt den Weg gegangen. Krass. Und dann nach fünf Wochen ging es dir besser. Ja. Du hast gemerkt, die hatte Recht. Ja. Wenn ich meine Arbeit irgendwie aus meinem Leben, wenn ich so einen Zaun um meine Arbeit baue, dass die nicht in mein Leben so komplett reinwuchert, dann geht es mir besser. Und auch ganz wichtig, Sachen zu suchen, die meinen Tank auffüllen. Ja, das war irgendwie der Key, weil sie hat es mir auch damals so erklärt, du musst dir vorstellen, dein Tank geht die ganze Zeit leer, weil du Gips in deinem Job. Sorry, dass ich hier so ungefragt reinquatsche, aber jetzt habe ich mal eine Frage an dich. Und zwar, wie kann ich besser werden? Wie kann ich bessere Gespräche führen? Mein Ziel ist es, der beste Podcast Host Deutschland zu werden und da ist sicherlich noch ein langer Weg hin. Aber was denkst du, wie kann ich bessere Gespräche führen? Wo habe ich die falsche Frage gestellt oder die richtige Frage gestellt? Ich bin mega gespannt auf dein Feedback. Schreib es mir gerne per Instagram, Ben unterstrich ungeskriptet oder bei YouTube in die Kommentare. Ich freue mich auf dein Feedback. Danke und jetzt geht es weiter. Und wenn dein Tank leer ist und du füllst nichts rein, dann kannst du dir vorstellen, geht es an die Notbatterie und das ist deine Lebensenergie. Und wenn die immer weniger wird, dann kriegst du Depressionen, dann hast du keine Ambitionen mehr zu leben, weil deine Lebensenergie weniger wird. Und du musst immer dafür sorgen, dass dein Tank voll ist, dass der Tank nie an deine Lebensenergie gehen muss. Und das fand ich sehr, da habe ich es sehr verstanden. Es ist wie so eine Notbatterie, ja. Und das ist auch das, was heute und auch danach, dieses Bild hilft mir immer. Aber ich zapfe tatsächlich immer noch manchmal in eigenerschaffene Notsituationen, die ich so einkategorisiere, meine Lebensenergie an und dann kann es auch den Rückfall geben. Okay. Das finde ich ein richtig schönes Bild. Ja. Verstehe ich total gut. Du hast den Tank, mit dem du geben kannst und dann hast du den Nottank, das ist die Lebensenergie. Ja. Und aus dem kann man auch schon mal auch bewusst geben, wenn es halt wirklich nötig ist. Ja. Aber dann muss man halt, ist der Akku quasi tiefenentladen. Genau. Und muss sehr, sehr lange wieder aufgeladen werden, damit der, damit das wieder funktioniert. Und dann hast du deine heutige Firma gegründet und hast quasi disziplinierter nicht gearbeitet. Ich habe disziplinierter meinen Tank aufgeladen. Ja. Also diszipliniert entspannt. Ja. Und nicht aus Spaß ins Kino oder aus Spaß in die Terme, sondern als sozusagen als Kur. Pflichtprogramm. Ja. Genau. Und das hat ganz lange funktioniert und ich habe dann ganz lange keine Burnout-Symptome mehr bemerkt, aber der Körper denkt sich auch immer was Neues aus. Der merkt ja, wenn du den versuchst, so ein bisschen zu verarschen. Und das war dann Anfang … Du hast den ja nicht verarscht. Du hast den ja Ruhe und Spannung entspannt. Ja, aber ich habe den ein bisschen ausgetrickst. Ja. Ich habe gesagt, oh, ich arbeite jetzt noch mehr und dann oder gleiches oder teilweise auch noch mehr und dann gehe ich zweimal in die Terme und dann denke ich, das funktioniert so. Ich arbeite aus der Terme quasi. Wenn ich aus der Terme … Ja. Dann ist das entspannt. Und das hat für mich auch mental funktioniert. Also es gab, wie gesagt, es gab Zeiten, wo ich diese Notbatterie angezapft habe und da habe ich gemerkt, sehr Stimmungsschwankungen, sehr irritiert. Und da habe ich schon wieder gemerkt, okay, ich rutsche wieder in den Burnout, ich muss raus. Aber das nächste große Mal war dann Anfang, glaube ich, 2020. Es hat alles angefangen. Ich war wegen meiner … Ich hatte ganz starke Allergie auf einmal. Dann war ich beim HNO. Oh, der hat Blutwerte gemacht. Oh, Cortisol ist ganz hoch. Ihr Stresshormon. Großes Blutbild beim Arzt gemacht. Auf einmal, ja, okay, alles ist hier verschoben. Du hast ganz hohen Cholesterin, du hast ganz hohes Cortisol, du hast ganz hohes Prolaktin. Was ist Prolaktin? Das ist das Hormon. Ich weiß nicht, ob es jetzt factual korrekt ist, was ich sage, aber so. Das verschafft dir auch den Milcheinschuss, wenn du schwanger wirst. Dafür musste ich auch zum Endokrinologen, also zum Hormonarzt. Und der hat mir dann auch gesagt, und das war das Schlimmste, dass ich nicht schwanger werden kann. Krass. Weil wenn dieses Prolaktin so hoch ist, glaube ich, denkt dein Körper quasi, du bist schwanger oder verhindert eine Schwangerschaft, weil Milcheinschuss in den Brüsten. Du bist quasi schon hormonell schwanger. Genau. Und bist nicht schwangerschaftsbereit, also nicht empfängnisbereit. Genau. Und das kam halt durch den Stress. Und das war so der Moment, wo ich dachte, krass, weil mir ging es eigentlich gut. Ja, ich habe mich jetzt nicht gefühlt, als wäre ich gestresst oder sonst was. Aber ich saß dann da und dann war ich halt 25 oder 26 und ich dachte mir, ich kann halt nicht schwanger werden. Und nicht, dass ich in dem Moment schwanger werden wollte, aber ich dachte so, okay, wenn ich als 25-jährige Frau, also gesunde Frau, ich dachte die ganze Zeit, also das ist das Einzige, was ich am Ende des Tages auf jeden Fall kann, schwanger werden. Und dann kann ich es nicht und nicht mal, weil irgendwie, ja, Gott es mir so mit auf den Weg gegeben hat, sondern ich habe das verursacht, ja, weil ich zu gestresst bin. Und das war schon ein krasser Moment für mich. Und das war so dann der zweite Burnout und dann wirklich der körperliche. Und da musste ich aber auch richtig ackern, um da wieder rauszukommen. Also erstmal, die Ärzte haben alle gesagt, geht nicht, wir müssen die Cholesterin blocker und das blocker. Und ich habe gesagt, Leute, ich bin 25, also ich muss doch irgendwie da rauskommen können, ohne dass ich jetzt den Rest meines Lebens Tabletten nehme. Und da habe ich dann auch mit meinen Mitarbeitern, mit meinen Künstlern gesprochen. Ich habe die Preise sehr angehoben. Erstmal. Damit du nicht so viele Aufträge bekommst? Nee, also was die Künstler mir zahlen und wie sie mich zahlen, habe ich angehoben, um noch mehr Mitarbeiter einzustellen, noch mehr Struktur, um mich mehr rausnehmen zu können. Das habe ich auch mit allen klar kommuniziert. Ich habe gesagt, ey, ich habe immer sehr idealistisch gelebt. Ich hatte die und die Prozente, die und die Zahlen, aber das ist das Resultat und das ist es mir nicht wert. Ich muss das erhöhen, damit ich mehr Leute einstellen kann, damit ich mich rausnehmen kann mehr. Und dann musste ich das machen, was das Schlimmste für mich im Leben war, Sport und Ernährung. Das war nie relevant in meinem Leben. Und dann musste ich damit ganz konsequent anfangen. Und so habe ich dann auch Jonas kennengelernt. Ja, ich bin zu Jonas gegangen und habe gesagt, Jonas, ich muss meine Blutwerte irgendwie, ich muss Sport machen. Ich habe noch nie in meinem Leben, ich hatte noch nie einen Schweißtropfen auf meiner Stirn, bevor ich Jonas kennengelernt habe. Ach krass. Weil ich auch beim Schulsport nicht mitgemacht habe, selber keinen Sport gemacht habe. Wie hast du beim Schulsport nicht mitgemacht? Also, ja, verschiedene Gründe. Ach so, du warst einfach nicht da. Ich hatte schon immer verschiedene medizinische Gründe bescheinigt. Teilweise auch echte, also zum Beispiel eingewachsene Zehnagel, den ich zwei Jahre nicht behandelt habe, womit du dann auch keinen Sport machen kannst tatsächlich. Aber kam mir natürlich auch immer gut gelegen. Ich wollte da nicht mitmachen. Sport war einfach nie etwas. Ich wusste nicht, dass Sport genauso wichtig ist wie Essen und Trinken. Also das war nie, ich habe das nie verstanden. Deswegen dachte ich, wieso soll ich mich anstrengen? Also es ist ja irgendwie schon ein unangenehmes Gefühl. Zumindest am Anfang. Ich habe auch gelernt, später kann es auch ein schönes Gefühl sein. Aber das hatte ich mir nicht, da hatte ich keinen Bock drauf. Krass. Dann warst du in diesem, der zweite Burnout, der ist quasi dann passiert in dem Moment, als der Arzt dir gesagt hat, du kannst nicht schwanger werden. Ich glaube, da war ich dann schon im zweiten Burnout. Weil also so wie meine Werte waren, das Cholesterin war wirklich wie von einem 80-jährigen Mann. Ja, das Cortisol war ganz hoch. Ich konnte nicht schwanger werden. Alle meine Vitamine waren komplett im Minusbereich. Und da war ich dann, glaube ich, schon im zweiten Burnout. Ich habe es nur nicht gemerkt, weil diesmal hat der Körper es auf einem anderen Weg mir mitteilen wollen. Du hast vorhin gesagt, dass es bei dir beim Burnout immer die gleichen Symptome sind. Fängt an mit Magenkrempchen und dann geht es weiter. Hatte ich dort auch. Aber es ging halt nicht mehr dann in die Panikattake oder in die Depression, weil ich dem, glaube ich, entgegengewirkt habe mit Therme, Kino, da, da, da. Und dann hat der Körper, das meine ich ja, der hat dann gemerkt, die verarscht mich. Ich suche mir jetzt die Hintertür so und das waren dann meine Blutwerte. Checkst du die dann jetzt regelmäßig? Ja, alle drei Monate. Alle drei Monate. Und wenn die zu hoch sind oder wenn die schlecht sind, dann wird wieder umgesteuert oder wie funktioniert das? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe tatsächlich innerhalb von 13 Monaten es geschafft, alle Werte wieder zu normalisieren. Die Ärzte waren auch, das sind ja Ärzte oft, ich wusste nicht, dass es überhaupt geht. Wow, hätten wir niemals gedacht. Und seitdem achte ich einfach darauf, dass das immer im Rahmen bleibt. Und wenn ich merke, es geht wieder aus dem Rahmen, dann muss ich wieder einlenken. Das heißt, du fühlst gar nicht so richtig in dich rein, ob du Richtung Burnout unterwegs bist, sondern im Wesentlichen sagt dein Blutbild, ob du im Burnout bist oder nicht. Ja, also heutzutage, also ich habe daraus ja schon gelernt, dass der Körper sich auch noch auf anderen Wegen ausdrücken kann und das bestimmt gibt es noch mehr Wege, von denen ich noch nicht weiß. Das heißt, wenn ich jetzt merke, Migräne, dann sage ich, Leute, ich muss wirklich raus. Ja, also auch wirklich ein bisschen von der Arbeit weg und das kann ich aber auch mittlerweile sehr gut, einfach Handy ausmachen. Mir ist komplett egal, was da passiert. Also die finden schon einen Weg. Also das regelt sich schon irgendwie. Die Welt wird nicht untergehen. Ja, also ich kann auch dann wirklich im Kopf abschalten und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ich glaube, dass zu dieser Entspannung immer dazu gehört, dass du auch nicht an Arbeit denkst. Ja, und das fällt sehr vielen, glaube ich, sehr schwer und das kann ich aber mittlerweile. Ich meine, Menschen sind halt so wahnsinnig unterschiedlich. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die es super schaffen, auf der Arbeit nicht an die Arbeit zu denken und dann gibt es welche, die es nicht schaffen, nicht an die Arbeit zu denken, auch wenn die tausend Kilometer entfernt sind. Ja. Und so ist halt jeder Mensch irgendwie eigen und macht sein eigenes Ding. Du hast gerade gesagt, dein zweiter Burnout war 2020. Ja. Jetzt, ich wollte gerade sagen, haben wir 2022, aber nee, wir haben 2023. Du hast in 13 Monaten, also bis nach 2021, es geschafft, deine Blutwerte zu stabilisieren. Ja. Und dann muss ja irgendwo dazwischen nochmal ein Burnout passiert sein. Ja, der war davor. Das war, was ich davor gesagt habe, wo ich dann nochmal, das war, boah, Mitte 2020, das war wahrscheinlich der Vorbote zu meinen Blutwerten. Da weiß ich noch, das war so ein Schlüsselmoment, da war ich in New York und ich wollte irgendwo mit meinem Freund essen gehen und er wollte irgendwo anders essen gehen und ich habe einen Nervenzusammenbruch bekommen über diese Situation, ja. Und das war so der Moment, ich habe schon gemerkt, scheiße. Das ist, da habe ich schon wieder zu viel gearbeitet und das hat sich dann auch die nächsten Wochen noch durchgezogen, dass ich bei allem immer einen Nervenzusammenbruch bekommen habe, bei der kleinsten Kleinigkeit und da musste ich mich auch richtig krass rausnehmen und das ist auch so eine bisschen verschwommene Zeit, weil ich war da auch in Amerika und kam dann zurück und hatte dann auch den krassen Jetlag und dann war ich so richtig hyper überempfindlich und ich glaube, ich lag so eine Woche im Hotelzimmer in Berlin und ich weiß gar nicht mehr, was in dieser Zeit passiert ist. Ich glaube, ich war auch gar nicht am Handy, das war einfach nur so, okay, ich muss jetzt ganz raus und ich weiß eh nicht, wie viel Uhr es ist und ich bin eh hypersensibel und ja, das halt, wenn du zu viel von der Notbatterie angezapft hast. Ich finde das ein richtig schönes Bild, die Notbatterie und den Tank. Ja, das hilft mir total immer. Und das in sich reinzufühlen, hey, bin ich hier auf Notbatterie oder wie viel Tank habe ich noch, kann ich den Termin machen, wie sollte meine nächste Woche aussehen. Krass. Und auch ein bisschen lernen, dass du das auch nicht vielleicht so gut fühlen kannst, sondern dass du auch einfach ein bisschen nach Logik gehen musst. Ja, also ich habe dann auch irgendwann gesagt, zu meiner Mitarbeiterin, die für mich die Termine einträgt, mach mir nicht mehr als vier Termine oder Calls an einem Tag, weil, also meine Logik sagt mir allein schon, das kann nicht gut sein. Ich könnte das machen und ich weiß auch, dass ich das machen kann, aber lass uns das bitte so behalten. Andere Regel ist, keine Termine vor elf Uhr, außer natürlich beim Podcast. Ja, was die Menschen nicht wissen, ich mache das meistens, meistens eigentlich immer, vormittags zehn Uhr ist meine Zeit. Da bin ich relativ wach. Ja. Kim jetzt dann nicht so, aber. Ja, ich bin da tatsächlich wach, aber ich brauche immer sehr lange, bis ich bereit bin, in die Welt zu gehen. Und deswegen habe ich eigentlich nie Termine vor elf Uhr und ich fliege auch nie vor elf Uhr. Und wenn du mir einen Termin einbuchst, um 7.45 Uhr, hatte letztens einer der Künstler beim, irgendwie beim Amt, ich würde diesen Termin, wenn mein Leben darauf ankommt, würde ich nicht schaffen. Ah, krass. Ja, also das ist auch nach dem Burnout passiert. Ich kann das nicht. Ich wache auf, mir ist so körperlich übel, wenn ich nicht genug geschlafen habe, dass ich mich übergeben muss. Ich bin nicht lebensfähig. Und das meine ich so ein bisschen, dein Knochen ist so angeknackst. Du kannst nicht mehr so über deine Grenzen gehen, wie du es vielleicht früher konntest. Deswegen habe ich keine Termine, keine Flüge vor elf Uhr und ich habe keinen Wecker. Außer heute hatte ich einen. Aber ich habe generell keinen Wecker, weil ich einfach den Schlaf brauche. Aber bist du, wenn du dein erster Termin um elf Uhr bist, bist du dann so sicher, dass du vorher aufwachst und früh genug, dass du den Termin schaffst, ohne Wecker? Ja, ja, ja. Aber wenn nicht, dann, mein Gott. Ich bin meistens nie alleine in dem Termin. Das sind dann meistens Calls oder Team Calls und dann sind die anderen da und ich habe Gott sei Dank mittlerweile und auch nach dem Burnout mir so eine Position erschaffen, wo ich auch fehlen kann und es ist nicht schlimm. Ja, aber ich stelle mir keinen Wecker mehr. Krass. Ich stelle mir immer einen Wecker und ich weiß, dass wenn ich mir keinen Wecker stelle, wenn ich einen Termin um elf Uhr hätte, safe bin ich um elf Uhr wach, so überhaupt gar keine Frage. Aber ich würde unruhiger schlafen, wenn ich wüsste, dass ich keinen Wecker habe und bin wahrscheinlich um vier Uhr nachts das erste Mal, um fünf Uhr das zweite Mal. Wie viele Uhr waren wir jetzt? Das habe ich, wenn ich einen Wecker habe. Echt? Wenn es ganz selten Situationen gibt, wo ich dann um acht Uhr, neun Uhr oder so einen Wecker habe, wegen irgendwas, ich wache die ganze Zeit jede halbe Stunde auf. Hat er schon geklingelt? Hat er schon geklingelt? Habe ich es verschlafen? Ja. Da sind wir unterschiedliche Wecker-Gewohnheitstiere. Aber Wecker ist irgendwie eine geile Erfindung, finde ich. Aber man muss den Ton öfter wechseln, sonst kriegt man auch so, Piet, hier ist die ganz schlimm. Nee, nee, nee. Wecker ist ja sozusagen der Weckt, um in den Tag zu starten. Sie ist eher positiv, sie ist sehr aufgemistisch, ist auch Quatsch. Heute Morgen war ja scheiße. Aber so ist es halt manchmal. Ja. Krass, was mir aufgefallen ist, sorry, ist, dass du am Anfang hast du gesagt, du seist sehr privilegiert aufgewachsen und man müsste ja deinen privilegierten Status heute auch damit in Verbindung bringen, dass du ganz viel privilegiert sozusagen in deiner frühen Kindheit erfahren hast. Dann später hast du gesagt, du hast Panikattacken gehabt, weil dein Freund durch die Tür gegangen ist, weil du Angst hattest, weil das wiederum Kindheitserinnerungen getriggert hat. Und das ist jetzt ein bisschen gesellschaftskritisch. Ja. Ich glaube, jeder hat ein schweres Leben. Kein Mensch hat ein leichtes Leben. Es gibt natürlich leichtere und schwerere. Genau. Aber nur weil jemand, keine Ahnung, in einem Einfamilienhaus aufgewachsen ist und nicht in der fucking Bronze, hat der deswegen noch kein einfaches Leben gehabt. Aber ich finde es so ein bisschen zeitgeistlich modern. Alle, die irgendwas erreicht haben, haben entweder ein total privilegiertes und gutes Leben gehabt oder, und dann ist dann die andere Story, eine ganz schwere Kindheit und was auch immer das bedeutet. Ja. Da hast du irgendwann einmal eine Ohrfeige bekommen, was auch immer. Oder auch wirklich schwere Kindheit. Und ich glaube das, also ich glaube halt sehr, sehr stark an Eigenverantwortung. Und natürlich ist Kindheit und so wichtig, aber ich habe das eher so wahrgenommen als dein persönlicher Disclaimer. So im Gottesdienst, wenn ich jetzt nicht sage, dass ich privilegiert bin, dann sagt vielleicht jemand, oh, die privilegierte Kim, das kann ja nur von der kommen, aber die ist ja auch weiß. Ja, ich sage das natürlich, wenn ich sage, erst mal bin ich dankbar, in Deutschland geboren zu sein und in der Zeit, wo ich geboren bin und so meine ich das und auch irgendwie in dem Körper und in dem Aussehen, in dem ich geboren bin, weil ich schon öfter im Leben gemerkt habe, dass mir das natürlich Vorteile bringt und ich habe auch öfter, wie gesagt, bei mir kommt das eher daher, dass ich öfter Podcasts schaue oder Sachen schaue, wo ich da sitze und ich denke mir so, ja klar hast du kein Problem damit, ja klar hast du kein Problem damit. So und das macht mich oft frustriert, wenn ich diese sehe und deswegen gebe ich dann selbst diesen Disclaimer. Interessant. Weil ich finde, das triggert dich dann. Ja, schon. Ja, deswegen manchmal kann ich auch einen Podcast nicht gucken. Aber nicht wegen dir. Ja, okay. Was genau, kannst du mal ein Beispiel für so ein Trigger-Ding geben? Ja, zum Beispiel, oh Gott, hoffentlich sieht die Person das nicht. Du hattest einmal, glaube ich, eine Dame im Podcast. Ich weiß tatsächlich auch gar nicht mehr, wer das war und ich habe auch den Podcast danach ausgemacht und das war eine Dame, die, glaube ich, eher so in der Kosmetik, nicht Kosmetik, aber so Wellness-Branche gearbeitet hat und dann gesagt habe, dass sie selbst ja in ihrer Arbeit nie irgendwie mit Sexismus konfrontiert wird. und ich habe, ich dachte mir so, ja, hä, natürlich nicht. Ja, okay, verstehe. Also, natürlich ist die, ist das bei dir, kommt das wahrscheinlich nicht so viel vor wie bei mir zum Beispiel, aber daraus hat sie dann halt eine Schlussfolgerung gemacht, ja, dass das vielleicht, das ist ja gar nicht so und ne, ach, wir übertreiben alle so. Ich habe mir gesagt so, ja, weil du da arbeitest, wo du arbeitest, bekommst du das nicht mit. Das ist für uns anders, ja. Bist du viel mit Sexismus konfrontiert? Was heißt das für dich? Was heißt Sexismus? Oh Gott. Also, lass uns nicht Sexismus definieren, aber ich, 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 ich sage dir, welche Erfahrungen ich gemacht habe, die ich für mich, die für mich da reinfallen. Also, ich selbst habe, Gott sei Dank, von glaube ich, allen meinen Mitarbeitern die wenigsten Sexismus und für die Leute, ich habe ja in den drei Filmen, wir sind ja zehn Frauen. So, wir haben ja nur Frauen, also wir haben auch einen Mitgründer, der ein Mann ist, aber sonst sind wir nur Frauen, die im Team ihren Tag arbeiten. Das heißt, wir bekommen sehr viel davon mit. Ich habe die wenigsten von allen und ich glaube, das liegt daran, weil ich auch 1,83 groß bin und ich mache generell die Erfahrung, dass Leute immer mich, wahrscheinlich auch, weil ich so groß bin, aber wahrscheinlich auch, weil ich irgendeine Aura habe, mich immer ein bisschen mehr respektieren als andere. Aber am Telefon wissen das ja die Leute nicht, mit denen ich telefoniere. Das heißt, ich mache meine Sexismus-Erfahrungen immer am Telefon. Lustiger Satz, ich mache meine Sexismus-Erfahrungen am Telefon. Wo machst du deine Sexismus-Erfahrungen? Und das Beispiel, das finde ich das lustigste Beispiel, ich habe für einen Künstler, er hat ein Auto geleast in einem Autohaus und ich hatte den Leasingvertrag nicht, weil das vor unserer Zeit war im Management. Ich habe angerufen, ich habe gesagt, können Sie mir bitte den Leasingvertrag zusenden? Und der hat einfach zu mir zurückgesagt, wieso soll ich Ihnen das senden? Sie verstehen das eh nicht, lassen Sie doch mal einen Kollegen von Ihnen anrufen. Und ich, ich so, wow, ich so, hä, aber ich will ihn nicht mal lesen. Also er hat recht, ja, aber erstens, wieso formulierst du das so? Wieso? Das ist ja, ich will einfach nur diesen Vertrag für die Akten haben, ich wollte ihn nicht mal lesen, aber ich war so überrumpelt von, nur weil er hört, dass ich eine Frau bin und er hat es nicht mal versucht, er hat gesagt, du verstehst es doch eh nicht, lass meinen Kollegen von dir anrufen. Und er hat mir den nicht gesendet. Ja, das war dann nicht so eine, ja, aber send mir den, er so, nee. Und dann musste ein Mitarbeiter damals von mir, damals hatte ich einen Mann, der bei mir gearbeitet hat, er musste anrufen und er hat den bekommen. Und da dachte ich schon, krass, nicht nur, dass du dieses Kommentar bekommst, sondern ich wurde so geblockt und ich bin so die Geschäftsführerin. So, und ich habe mich auch sehr hilflos in der Situation gefühlt und ich wusste, dass das halt nur deswegen war. War das der Geschäftsführer des Autohauses? Ja. Krass, ne? Autohaus in Köln. Und sonst habe ich oft die Situation, also öfter schon die Situation gehabt, wenn ich irgendwo angerufen, oder mich, im Büro haben Leute angerufen und dann haben gesagt, ja, können wir bitte den Geschäftsführer sprechen? Ich bin nicht, nee, ihr ein Chef. Ich so, ja, ich bin dran. Also, mir gehört die Firma. Sekunde, ich verbinde sie. Da bin ich. Ja, also, das habe ich schon öfter die Erfahrung gemacht, dass Leute automatisch denken, es gibt noch einen höher gestellten Mann in unserer Firma. Aber ich merke das total oft bei meinen Mitarbeiterinnen noch mehr, beobachte ich das. Ich habe eine bei mir, die ist auch Künstlermanagerin und die ist, glaube ich, 1,56 groß. Ja, und da ist das Staunen immer groß, wenn die irgendwo reinkommt, ne? Also immer, wenn wir zusammen irgendwo reinlaufen, die Leute glauben nicht, dass die die E-Mails geschrieben hat. Ah, krass. Weil sie sieht auch nicht deutsch aus und ist 1,56 groß und kommt da jetzt auch nicht mit Blazer und sonst was rein. Die Leute, wenn wir dann so gesammelt reinkommen mit Künstler, ihr, ich und dann irgendwie der Vater von dem Künstler, dann denken irgendwie immer erstmal alle, der Vater von dem Künstler ist der Manager, Nummer eins. Wo wir dann sagen, hi, nee, wir beide sind das. Und dann, und ja, und das ist sie. Und dann wie, ah, du bist das. Boah, das hätte ich jetzt gar nicht erwartet. Da merkst du es schon immer so, dass die Leute dich halt viel weniger ernst nehmen und dass sie dir das auch nicht zutrauen, weil du halt, ja, dann so aussiehst, so groß bist, wie du bist. Ja, auch spielt da eine große Rolle, merken wir immer. Und wie gesagt, wenn wir mit einem Vater von dem Künstler in den Raum kommen, ist immer automatisch eher der Manager und nicht wir, wir gehören nicht zum Team, wir sind dann die Freundin oder sonst was. Das ist immer ganz interessant. Das sind jetzt auch keine mega schlimmen Erfahrungen. Das mit dem Autohaus hat mich zum Beispiel sehr frustriert oder das mit diesem, können wir mit dem Chef sprechen, ist auch immer echt nervig. Und, ähm, Können wir mit dem Chef sprechen. Krass. Aber, das sind so Situationen, wo es dir einfach klar wird, wo du es auch nicht, das kann auch keiner sagen, ah nee, das haben die bestimmt deswegen gesagt. Nein, die haben das gesagt, weil ich eine Frau bin und weil ich vielleicht so klein bin oder so groß bin. Ähm, aber ganz oft merken wir das auch so in Verhandlungen oder in, wie mit uns umgegangen wird. Ähm, wirklich, also vor allem von, von Männern dann in der Industrie, die dann wirklich, ähm, wir sind am Telefon mit denen und die sagen dann einfach Stopp. Weil sie, das sagen die dann damit aufhören zu reden und du denkst dir so, hä, das hätte der nie mal, also, was ist das? So, ähm, ja, du darfst reden. So, und jetzt kannst du sagen, das ist vielleicht ein Arschloch, vielleicht redet er mit allen so, ich weiß aber vor Effekt, dass er nicht mit allen so redet, weil ich ihn auch schon in anderen Situationen erlebt habe und du merkst halt, dass die, dass der Umgang mit dir einfach anders ist. So, du merkst das einfach halt. Aber wir arbeiten halt auch in einer sehr Männerdominierten Branche und mir ist klar, dass wenn du im, vielleicht in der Wellness arbeitest, im Kosmetik, dass du vielleicht nicht diese Erfahrungen machst. Aber wenn du dann in einem Podcast sitzt und sagst, ja, die übertreiben alle mit ihrem Sexismus, dann frustriert mich das halt. So. Ja, verstehe ich. Verstehe ich. Verschiedene Punkte. Verschiedene Punkte dazu. Also, ich glaube, einmal, also, ich kann das nicht glauben, dass jemand ernsthaft sagt, ich schicke keinen Vertrag an Frauen. Ich glaube, also, ich glaube dir das, aber ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, ich kann es auch nicht glauben. Also, ich kann. Ist verrückt. Jetzt, lustige Brücke zur Wut. Du bist ja eine clevere Frau. So. Das wäre der richtige Moment gewesen, wütend zu werden. Ja, aber ich habe es nicht verstanden. Das war eher die Emotion so. Ja, aber so, so, in mir würde die Emotion hochkommen, den Typen, den fange ich jetzt mal richtig ab. Ja. So, und da ist halt nur die Frage, wie, deswegen habe ich gefragt, war das der Geschäftsführer, weil sonst ist es der einfachste Weg. Ja, gehst du halt zum Geschäftsführer und fragst halt mal freundlich nach. Ja. Grundsätzlich keine Verträge an Frauen geschickt werden, was an dir liegt. So, aber auch der Geschäftsführer des Autohauses ist nicht, ist nicht der Geschäftsführer der Marke. so, und so eine E-Mail, ja, das hat er am Telefon, ne, hat er das am Telefon. Ich meine, du hast ja auch so ein paar Künstler, ja, substanzielle Reichweite, da eine schöne Story rauszubauen und zu sagen, hallo, liebe Marke, ist das bei euch immer so? Ja. Wir wollten nur mal nachfragen, einfach, dass wir euch besser verstehen. Ja. Also, man hätte ihn abfacken können und zwar, in der heutigen Zeit haben jeder, der nicht korrekt gendert, hat Angst um seinen Job und sowas zu sagen, das meine ich mit Toleranz. Ja. Das könnte jemand sein, der auf einem öffentlichen Event gendert und sich ganz herzlich für die Integration und so, und dann aber sowas sagt, weil der nicht wirklich tolerant ist, sondern sein Verhaltens angepasst ist. So, das ist das Erste. Ich kann mir das nicht vorstellen, ich finde es aber ultra krass. Und Nummer zwei, ich hätte ihn richtig abgefuckt. Und das ist vermutlich auch der Grund, ich meine, das wäre tatsächlich so Punkt drei, Männer untereinander, da gibt es immer Reibung. Ja. So, und du guckst immer, wie viel kann ich dem anderen geben, bevor der sich wehrt. So, und wie weit kann ich den schubsen? Und dann schubst du er zurück und dann sagst, okay, das ist das Level, auf dem wir sind. Ja. So, in einer männerdominierten Branche ist das quasi die Kultur, so, wir schubsen uns. So, da kommst du als Frau und dann schubst ich dich und du schubst mich nicht zurück, also schubst ich mehr und sagst, stopp! Und eigentlich warte ich als Mann darauf, zurückgeschubst zu werden und ich weiß gar nicht, wie ich interagieren soll. So, ist das jetzt irgendwie, ist schwierig. Ja. Und gerade in, also auch die Frage nach einem, ich bin hier pro Sexismus, nein, aber die meisten Geschäftsführer sind Männer. Ja. So, und jetzt könnte man sagen, wir müssen das auf jeden Fall ändern. Wir müssen 50 Prozent, müssen Frauen werden und 50 Prozent Männer. So, es könnte durchaus sein, es gibt zumindest das Argument, dass das Temperament eines Mannes eher darin geht, ich will halt Macht haben und ich will ein Geschäftsführer sein, ich will Sachen bewegen und es ist das Temperament einer Frau im Schnitt halt eher anders. Sie sagen, ha, so viel Verantwortung und dann muss ich da eher nach vorne. obwohl die sagen ja, die stellen ja Frauen nicht ein, weil es ist emotional. Gibt's verschiedene Gründe. Also ich glaube, dass wenn man Frauen, ich glaube auch, dass die Forschung das sagt, dass wenn man, wenn man Männer und Frauen die Wahl lässt, was sie arbeiten und die nicht zwingt, so, dann kommen wir nicht auf 50-50 in allen Berufen mit Macht, sondern gibt's halt in manchen Berufen, sieht man jetzt Ärztin, es gibt halt mehr Ärztinnen als Ärzte, so, und aber in Geschäftsführer von irgendwelchen Managementbuden werden tendenziell eher Männer sein. Ja. So. Wenn dann jemand, wenn man weiß, dass von einer Gruppe 95 Prozent Männer sind, ja, dass man dann nach dem Mann fragt, ich sage, wenn du jetzt 19 wärst, würden alle auch nach dem Geschäftsführer fragen, weil du bist halt zu jung. Ja. Wenn du 90 wärst, ja, aber wenn du 90 wärst, würde man auch sagen, irgendwie ist der zu alt, der passt nicht in mein Bild. Ja. So, und ist dieses Bild jetzt schlecht, weil man denkt, so, der durchschnittliche Geschäftsführer ist so Anfang 40 und männlich und irgendwie habe ich jemanden, der nicht dem Bild entspricht, dass es nicht ganz, dass man blöd, der älter Geschäftsführer, das ist, ja, ist bescheuert. Aber das ist ja, die Frage ist halt, wie viel davon ist echter gelebter Sexismus, dass du sagst, ich glaube nicht, ich glaube, weil du eine Frau bist, bist du eine schlechte Geschäftsführerin. So, das wäre für mich sexistisch. Und das. Ich glaube, dass aber viele das denken. Ist das so? Auch die Männer, also das, das kann ich dir nicht beweisen, das kann natürlich auch meine Wahrnehmung sein, aber ich lese das schon oft zwischen den Zeilen, wenn ich mit Leuten, mit Männern kommuniziere, wie die mit mir kommen und du merkst das einfach, du merkst ja manche Dinge einfach und ich habe schon das Gefühl, dass ich das merke, aber wie du sagst und ich glaube, das ist auch bei meinen Mitarbeitern so, wir sind das halt auch alle irgendwie gewohnt, deswegen gibt es auch nicht diese Story über dieses Autohaus, weil das ist jetzt auch nicht, ich muss jetzt auch nicht rausgehen und sagen, ich wurde so, weil das passiert mir so oft auf kleinem oder auf größeren Ebenen, dass das einfach, ich bin einfach nur noch müde davon und habe nicht wirklich Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich habe auch irgendwie nicht das Gefühl, dass es meine Aufgabe ist, mich damit auseinanderzusetzen, weil der vom Autohaus hat anscheinend ein Problem und nicht ich, so und ich habe es einfach trotzdem gelöst auf dem kurzen Wege und muss mich mit diesem Mann nicht mehr auseinandersetzen, fertig, so. Das ist, das ist mein Umgang damit und so merke ich das auch zumindest bei den Frauen, mit denen ich zusammenarbeite, ist unser aller Umgang damit, wir, manchmal regen wir uns ein bisschen darüber auf, wir lachen meistens darüber, erzählen diese Storys, aber das, wir gehen jetzt nicht nach Hause und denken weiter darüber nach, weil das einfach so oft passiert und ob das jetzt Sexismus dann ist oder weil es Gewohnheit ist, kann man sich jetzt darüber streiten, trotzdem ist es blöd, dass es passiert und schade, dass es passiert, aber ich finde, du hast total recht und ich merke das auch, das ist ja total interessant, dass, weil wir nur zehn Frauen sind, ja, und wir haben ja keinen Mann und ich merke ganz oft, dass der Mann fehlt. Wir merken das alle ganz oft. Woran merkst du das? Wir merken das an der Energie, die du beschreibst, weil, also ich habe generell das Bild von Männer und Frauen ein bisschen so, sehr generalisiert, ich habe das Gefühl, Männer, die haben immer das Gefühl, die müssen irgendwas ganz Besonderes im Leben erreichen und die haben müssen immer, die haben eine Mission und die haben Ziele und die müssen dahin und Frauen, oder für mich so, ich bin immer daneben und ich bin einfach happy, dass ich existiere und ich lebe einfach jeden Tag. Also das habe ich das erste Mal gemerkt mit meinem Freund, als er gefragt hat, was sind deine Ziele im Leben? Und ich so, ja, keine Ahnung, also eigentlich finde ich alles ganz gut und ich würde gerne so weiter und das ein bisschen und das ein bisschen. Ja, aber was ist denn deine große Mission? Ich so, ich habe keine große Mission, ich bin einfach gerne hier, ich würde gerne das Leben leben. Er so, okay, das ist ja aber komisch. Wie bist du denn damit an den Punkt gekommen, wo du gekommen bist? Ich so, ja, einfach, keine Ahnung. Also war jetzt nicht geplant, ist halt so passiert und da habe ich aber schon gemerkt, so diese Diskrepanz und das ist mir danach auch viel in Männern und Frauen und Dynamiken aufgefallen, dass Männer immer so diese Last auf ihren Schultern haben von ich muss was ganz Großes erreichen und ich bin für was Größeres bestimmt und ich muss das und das und das und Frauen koexistieren einfach ohne diese Last auf ihren Schultern und das ist total entspannt und das merke ich auch bei uns im Unternehmen, dass wir als Frauen, so Funfact, wir hatten noch nie einen Zickenkrieg oder sonst was in sechs Jahren, also die Klischees werden nicht erfüllt. Moment, aber noch nie einen Zickenkrieg heißt, ihr habt ihn noch nicht geäußert, das heißt ja nicht, dass ihr nicht unterschwelige Konflikte habt. Es gab Konflikte, aber so die, also die ganz normal sind, aber es ist sehr, sehr harmonisch bei uns und harmonischer als in jedem anderen gemischten Umfeld oder männerdominierten Umfeld, wo ich gearbeitet habe, auf jeden Fall und ich glaube, das kann jeder bestätigen, weil wir einfach alle Frauen sind und weil wir so ein bisschen aufeinander aufpassen und wir stellen tatsächlich jetzt bald einen Mann ein zum ersten, dritten und der war dann jetzt schon bei unserem, wir hatten alle vier Monate Gruppenmeeting und der saß dann dabei und das ist mir so ein bisschen aufgefallen, weil wir haben so auf Karten aufgeschrieben, was war toll in diesem Jahr, was wünschen wir uns fürs nächste Jahr und dann haben wir alle so vorgelesen, ja, es war voll schön, dass wir alle uns auf diesem Event getroffen haben, alle so, oh, und der sitzt da so und dann dachte ich, der wusste auch, weißt du, was ich meine, das war so voll der Energieunterschied und das ist halt sehr interessant, so für uns ist alles sehr harmonisch und wir bemuttern uns natürlich auch ein bisschen so gegenseitig, wir gucken, hast du was gegessen, soll ich dir was machen, das ist immer so alles sehr, sehr schön, sehr weich, sehr, wir sind auch immer bemüht, alles sehr schön zu machen, also das Office schön zu machen, unsere Hintergründe, also so ein bisschen, wirklich so weibliche Energie, merkst du richtig raus und wir haben ja aber auch Feedbackgespräche mit, Gespräche mit den Künstlern, was denen fehlt und was ich immer raushöre, ist männliche Energie. Das können die meistens gar nicht so benennen, aber die sagen dann ja, aber was sie vielleicht ein bisschen verbessern könnte, dass sie vielleicht ein bisschen mehr rausgeht und ein bisschen mehr da 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 und da 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 und du merkst halt immer, und das merke ich auch, dass es uns selbst fehlt, so ein bisschen männliche Energie, weil wir sind sehr gut, Sachen zu receiven, also alles, was zu uns ankommt, wird sehr schön eingebettet, perfekt ausgehandelt, gearbeitet, bla bla bla, aber es ist jetzt nicht so, dass wir da so einen Stürmer haben und der geht raus und holt das ran und das ran und das ran, das fehlt uns und das merke ich auch und das sage ich den Künstlern auch, ich sage ja, es ist halt, wir sind halt auch irgendwie zehn Frauen und ich glaube, die Dynamik ist da einfach auch ein bisschen anders, als wenn du jetzt einen Mann als Manager hast, ist wahrscheinlich nicht bei allen so, aber grundlegend würde ich das schon so sagen, ich glaube eigentlich, wir gehen ganz gut in der Rolle vom Management auf, weil wir halt wie so vier Mütter sind, die immer sagen, hast du deinen Reisepass, hast du das, ne, das ist wirklich, das ist alles bei uns perfekt und auch wenn was kommt, wenn der Künstler eine Idee hat, dann können wir die sehr gut umsetzen und uns sehr gut darum kümmern, aber uns fehlt ein bisschen dieses Proaktive und Schubsen und das, das merke ich und deswegen fand ich es ganz interessant, dass du das gesagt hast, dass Männer das untereinander gewohnt sind und deswegen kommen, glaube ich, die Situation auch, also erstens, haben wir diesen Player nicht und wenn die anderen Männer das mit uns versuchen, kommt so nichts zurück, so die schubsen uns, wir gehen nach hinten und dann gehen wir zur Seite, weil wir denken, hey, was passiert hier, weil wir das auch untereinander gar nicht gewohnt sind. Ich stelle mir gerade vor, wie das wohl wäre, wenn diese Vertragsgeschichte am Ende des Tages ist ja immer die Frage, du hast einen Konflikt mit diesem Typen aus dem Auto aus, so, der sagt, ich schicke dir das nicht, weil du bist eine Frau, so, der könnte, wenn du jetzt ein Mann gewesen wärst, ja, der hat einen schlechten Tag und deswegen irgendwas vorbelastet, dann sagt er das, ich schicke dir das nicht, weil ich schicke das nur wichtigen Kunden, so, so, aber der hätte irgendeine Provokation geliefert, so, der hat halt Sexismus konter, das Frauenargument kontergreifen, weil du eine Frau bist, ansonsten hätte er, hätte er irgendwas anderes gehabt, sonst hätte er nicht gesagt, oh, schön, dass du anrufst, ich schicke dir das sofort raus, ganz herzlichen Dank, eine Ehre, dass wir sie als Kunden haben, vermutlich hätte er das nicht gesagt, so, aber wenn ihr jetzt einen Männerladen werdet mit zehn Männern, so, und der hätte gesagt, hey, du kriegst das nicht, jetzt wird es auflegen und sagt, Jungs, hört mal zu, was, wisst ihr, was der gerade gesagt hat, wir sind kein wichtiger Kunde, den fucken wir jetzt ab und zehn Leute würden nichts anderes machen, als diesen Typen versuchen abzufacken und jeder, ich habe noch eine Idee und jetzt fahren wir dahin, wir nie wieder unterschreiben, wir auch nur einen Vertrag mit denen und wir zerkratzen alle Autos von der Marke, so, wäre das positiv, vermutlich auch nicht, halt, ja, aber, aber die Balance, in der Kombination, zu sagen, hey, wir müssen weiter mit denen zusammenarbeiten, wir wollen, die machen halt coole Autos, jetzt ist der Typ irgendwie ein Auto, wie können wir das machen, dann, dass wir den Kante zeigen und auch Kante haben, aber gleichzeitig das Verhältnis nicht komplett zerstören und da, ne, die Balance ist, ist glaube ich, es braucht scheinbar beide Geschlechter, könnte ja durchaus sein. glaube ich auf jeden Fall und ich glaube, dass auf der anderen Seite, wir suchen auch immer, also wir hätten gerne einen Mann aus verschiedenen Gründen, immer wenn wir jemanden dabei hatten, ist es echt so voll in einem Klischee geendet, dieser Mensch hat uns auf einmal alles erklärt, unsere ganze Arbeit erklärt, wir waren, wir hatten einen Mann an Bord und dann hatten wir einen Call mit unserer Versicherungsmaklerin, die uns allen ein bisschen erklärt hat, wegen einer Arbeitgeberversicherung und was wir alles als Mitarbeiter auch machen können und der Call hat darin geendet, dass dieser eine Mann ihr Versicherung erklärt hat und dann hat der sogar noch am Ende gefragt, hat noch jemand von euch eine Frage, Kim, hast du noch eine Frage? und das, da würde ich eher, da würde ich jetzt ehrlich gesagt nicht die ganzen Männer verantwortlich machen, sondern vielleicht den einen schwierig besetzenden. aber wir sind dann aus dem Call gegangen und dachten so, das kann doch nicht sein, dass jedes Mal, wenn wir einen Mann haben, dass der uns alles erklärt, dass der, und das haben wir öfter die Erfahrung gemacht, das sind wahrscheinlich, wie du sagst, es gibt so, ich kenne auch, ich glaube, du würdest das nicht machen zum Beispiel. Ich würde mich jetzt wundern, wenn das so wäre. Ja, auf jeden Fall, aber wir haben halt immer diese Erfahrung gemacht, das finden wir immer ganz lustig, weil das dann so genau in dieses Klischee reinpasst. Aber ich finde es auch toll, wenn da, also ich glaube auch, dass andersrum Frauen oft unterschätzt werden in Unternehmensstrukturen, weil, glaube ich, eine Frau auch nochmal ganz andere Kreativität mitbringt, ganz andere Gedankengänge, weil wir ein ganz anderes Gehirn einfach haben und ich glaube, das wird auch in der Welt total unterschätzt, dass viel mehr Frauen in Unternehmensstrukturen sein sollten, nicht weil sie Frauen sind, also nicht wegen Quote oder sonst was, sondern weil wir echt tolle Qualitäten haben, die auch männerdominierten Branchen und Firmen, was dazu beiträgt. Also ich glaube, die Balance sollte überall sein, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was es ist, aber auf jeden Fall. Jein. Ich habe mal so ein Seminar gemacht über halt Personalmanagement, so wie für Wien und Wien stellt man einen. Und einer der Punkte war Diversity. Und es gab irgendeine Studie von irgendeiner Unternehmensberatung, die gesagt hat, je diverser, desto besser, also je diverser ein Team, desto leistungsfähiger ist das Team. So, und wir waren halt zu dem Zeitpunkt, ich glaube, zehn Leute, elf Leute oder so. Ja. Und halt überwiegend, also kein heterosexueller Mann da drin. Ja. Frauen und halt nicht heterosexueller. Also der weiße Ziesmann, den gab es nicht. so haben wir gesagt, okay. Außer dich. Außer mir, aber ich bin ja quasi kein Mitarbeiter, dementsprechend nicht Teil des normalen Teams, sondern stehe halt irgendwie so noch so an der Seite. So, alle Versuche dann danach, einen Mann reinzuholen, die sind gescheitert. Siehst du? Also ja, weil die Kandidaten, also wir hatten mehr, alle heterosexuellen Männer, die wir im Unternehmen hatten, haben nicht funktioniert. Ja. So, warum? Weil heterosexuelle Männer schlecht arbeiten? So, vermutlich nein, sondern wir machen halt Babyprodukte. Ja. Es geht halt ganz viel um Schwangerschaft, um die Bindung des Neugeborenen an die Mutter. Ja. Groß geworden sind wir über Instagram-Marketing und haben gesagt, okay, was ist unsere Zielgruppe? Wir machen so Hipster-Baby-Tragen. Sehr platt gesagt. So, wir suchen also modeaffine Mütter, die halt denen wichtig ist, wie die Baby-Trage aussieht. So, dann haben wir damit angefangen, das hat alles sehr gut funktioniert und dann haben wir gesagt, okay, jetzt targeten wir die Männer. Das hat überhaupt nicht funktioniert. Also nicht ein Mann. Ja, klar. Lustigerweise sind ein Drittel unserer Kunden Männer, so, aber wenn wir die targeten, also wenn wir quasi den Anzeigen ausspielen, macht das gar nichts. So, und der Kaufprozess ist halt, die Frau entscheidet das, die Frau guckt sich das an und sagt halt dem Mann, ich habe schon die ganze Zeit hier das angeguckt, ich habe dir die Trage gefunden, die kaufst du bitte und deswegen haben wir männliche Kunden. Und Männer und Frauen scheinen sehr, sehr anders zu sein, auch wenn wir sagen, ey, Väter sind jetzt auch wichtig. Ja, das verstehe ich, bin ich ja selbst einer von. Aber wie viele Stunden verbringe ich mit der Online-Suche nach einer schönen Baby-Trage als Mann? Tendenziell sehr wenig. Gibt es wenige, die das auch machen und wenn du eine Branche hast oder auch vielleicht ein Team, was halt sehr viel weibliche Energie hat, dann kann es sein, dass männliche Energie fehlt, so wie wir jetzt bei euch, wenn wir sagen, irgendwie erklären uns allen Leuten, also wir haben Konflikte, die wir nicht, also uns fehlt die Faust sozusagen. Uns fehlt die Faust nicht. Bei uns war eher so der Mann, der gesagt hat, ja, ach, jetzt mache ich schon vier Wochen Baby-Produkte, eigentlich will ich doch Autos machen und Rennwagen und so. Und ich glaube schon, also ich glaube, wir haben noch nicht so richtig verstanden, was sind Stärken von Männern grundsätzlich und was sind Stärken von Frauen. Und einfach zu sagen, ja, wir müssen 50-50 in allem machen, finde ich bescheuert. Ja, das stimme ich dir zu. Ich glaube so, was ich so als Stärke von Männern sehe, jemand hat mir mal geschrieben, it gets the people going. Das habe ich so das Gefühl, wenn Männer dabei sind, dann, also ich habe immer das Gefühl, es geht so nach vorne, es passiert was und auch schnell, auch irgendwie so diese Komponente von, dass etwas sehr schnell passiert und mit Power, so das assoziiere ich so von Männern, von allem im Arbeitskontext. Und bei Frauen habe ich das Gefühl, es ist halt wirklich, alles, was du denen gibst, die machen daraus etwas Besseres. So, das sehe ich so als das Talent, auch bei den Mädels, die bei mir sind. Wir haben nicht so das Talent, etwas zu bekommen, also uns selbst etwas zu holen. Aber wenn du uns etwas gibst, weiß ich, dass wir das tausendmal besser machen als der Mann. Blöd gesagt. Ja, krass. Und das habe ich auch, also das ist nicht nur ein Eindruck von mir, das sehe ich auch an den Zahlen, und wie wir auch Deals ausarbeiten, die vorher vielleicht von jemand anderem gehandhabt wurden. Und das ist so, sehe ich so als die totale Stärke. Aber auch, dass Frauen so, oder zumindest die Mädels bei mir, wir haben alle die Ambitionen und das Arbeitsumfeld auch für uns alle sehr angenehm zu machen und schön zu machen. Und ich glaube auch, dass in einer vielleicht Kfz-Werkstatt wird gesagt, wenn du da noch eine Frau hast und die stellt dann halt einen Obstkorb dahin, weil es für sie wichtig ist, freuen die Männer sich tendenziell darüber, glaube ich, auch. Und wenn es dann ordentlich ist, weil die Frau das irgendwie braucht für sich, dann freuen die Männer sich tendenziell auch und vielleicht hast du auch ein besseres Arbeitsklima und auf einmal ist alles lockerer und dann bist du produktiver. Und so meine ich, glaube ich, dass Frauen auch gut beitragen können in Orten, wo du sie vielleicht nicht vermuten würdest. Jetzt lassen wir mal das Beispiel mit der Autowerkstatt durchgehen. Da ist jetzt irgendwie so eine 20 Männer, die sind alle, haben alle dreckige Hände, haben dreckige Klamotten, wie halt eine Autowerkstatt ist. Alles irgendwie gefühlt voll mit Öl. Egal, was du anfragst, ist dreckig. Ja. So. Dann hast du jetzt die Frau, die da reinkommt. Ja. Das Erste, was die 20 Männer denken ist, boah, Geil. Wer ist der Erste, der da drauf geht, ne? So. Das sagen die schon. Wahrscheinlich in der Autowerkstatt auch expliziter als vielleicht im Management. Aber im Management ist das gleiche. Am Ende des Tages sind wir alle irgendwie Tiere und sexuelle Wesen. Zu behaupten, das sei nicht so, ist halt, man kann das wieder, auch das kann man wieder, wir tun mal so, als wäre das nicht so. Ja, aber was passiert auf der Weihnachtsfeier, wenn die alle anderthalb Probleme haben? Passiert überall immer das Gleiche. So, da erinnern die sich wieder daran, wer die eigentlich sind. So. Dann kommt die arme Frau in diese Autowerkstatt, sozusagen. Das heißt, kriegt die ganze Zeit so halb sexistische Sprüche. Ja. Weil die Männer, die auch wirklich spannend finden. Ja. Zum einen hat die irgendwie einen sexuellen Reiz. Zum anderen ist halt der Wettbewerb um diese Frau, 20 Männer, oder vielleicht auch nur die Hälfte, wenn es gut läuft, die sich um eine Frau streiten und nicht unbedingt um. Ja, alleine würde ich die da auch nicht reinlassen. So, und dann fängt die an mit, hier ist es zu unordentlich. Ja. Und hier, wie du gesagt hast, ich stelle meinen Obst in den Kopf. Die weiblichen Attribute. Ja. So, dann sagt die aber, ich, mich stört ja, dass es zu unordentlich ist. Ich mache das natürlich nicht weg, weil ich bin ja gleichberechtigt. Okay. Deswegen müsst ihr jetzt alle putzen. So, und dann sagen die 20 Jungs, Ja. Früher hatten wir noch keine Frau. Ja. Und wir wollen nicht putzen. Für uns passt das. Es wäre schön, wenn die Autowerkstatt sauberer wäre, das wäre auch besser für die Kunden. Und wenn der Obstkorb da steht, das wäre für die Atmosphäre, für den Kunden besser. Ja. Aber ich glaube, das ist sehr schwer in der Realität zu erreichen. Am Ende des Tages putzt die dann einmal, wenn sie sagt, okay, jeden Tag putzt ein anderer. Ja. So, alle lassen ihre Schichten ausfallen, außer die. Ja. So, dann putzt die. Es ist aber ultra abgefragt, weil sie sagt, ihr putzt alle nicht. Ich bin die Einzige, die ihr putzt. Ja, wir wollen die auch. Ja, aber so darfst du es ja nicht approachen. Du gehst ja davon aus, dass sie dann sagt, hier, ihr müsst alle putzen. Ich glaube, die meisten Frauen, wenn sie schon mal einen Mann haben putzen lassen, die putzen eh danach drüber, weil der das, das ist doch, glaube ich, auch, jetzt gehen wir ganz tief rein in die Biologie, aber ich glaube, Männer sehen Frauen nicht auch irgendwie besser oder mehr Details oder irgend sowas habe ich mal gelesen, dass Frauen mehr Sachen auffallen. Weiß ich nicht, ob es wegen Früchte sammeln oder whatever ist, aber ich habe mal irgend sowas gelesen und dass das auch damit zusammenhängt, wieso Männer nicht dieses Putzlevel oder Ordnungslevel erreichen können, was die Frauen immer von ihnen verlangen. Deswegen, ich würde das gar nicht, also, ich glaube, du hast recht, ich glaube, generally ist das so und ich glaube, auch in Partnerschaften beschweren sich Frauen oft darüber. Ich würde mich zum Beispiel nicht darüber beschweren, weil ich kann doch nicht einen Fisch irgendwie dafür anklagen, dass er den Baum nicht gut hochklettern kann. So. Weißt du, was ich meine? Das, was du sagst, liebe Kim, ist sowas von hochgradig sexistisch und das kann man kaum glauben. Wir drehen das mal rum. Ich formuliere mal die Sachen, die du formuliert hast, über Männer, über Frauen. Ja. Und ich würde sagen, ich habe eine Firma, da sind 100 Prozent Männer drin und wir haben echt gut männliche Energie. Uns fehlt so ein bisschen die weibliche Energie, aber dieses Männliche, das können wir gut. Und so putzen, so das ist Frauensache, weil wir können gar nicht richtig putzen. Die Frauen sollten putzen. Ja. Das wäre hochgradig sexistisch und toxisch maskulin. Wenn du aber das auf dich... Ja, also du hast es sehr, du hast es mit deiner Formulierung schon. Mit meiner Formulierung schon. Ja, aber du hast es halt weiblich formuliert. Ich habe es halt weiblich, männlich überspitzt. Aber ich finde den Kern von dem, was du sagst, ich persönlich finde es nicht schlimm. Ich stimme dir zu. Geil. Aber wir haben angefangen mit, Sexismus ist böse und dann ist irgendwie... Sexismus passiert und kann frustrierend sein. Sorry. Wo ich eigentlich drauf hinaus wollte, das habe ich nicht mehr intellektuell geschafft. Ist es... Du hast gesagt, korrekt. Ist es nicht so, dass, wenn eine Frau einen Mann putzen lässt, dass die eh danach nochmal drüber putzt, weil der das nicht kann. Aber du hast gesagt, der hat, der vom Autohaus hat gesagt, ich verstehe den Vertrag nicht und dann hast du gesagt, du verstehst ihn wirklich nicht. Also, ja. Also nicht, weil der Mann nicht putzen kann, aber weil er meinen Ansprüchen nicht gerecht wird, weil ich andere, anderes Verständnis davon habe und das anders sehe und andere Ansprüche. Aber das ist, der Kern ist doch eigentlich, und auch was du gesagt hast, dass wir verschiedene Qualitäten haben, als Mann und Frau und dass man uns danach einstellen und einsetzen sollte. Und das ist, glaube ich, aber das ist, wie du sagst, eine Sexismusdebatte dann schwierig, weil es gibt halt die, die Einzelfälle, wo eine Frau extrem begabt ist in etwas, was eigentlich eher männliche Energie ist und die hat es dann schwer. Ja, aber es sagt ja niemand, also alle sagen immer ja hier, Sexismusgedöns, niemand würde sagen, oh, du bist Frau und möchtest Chemie studieren, es wird keine Jobs für dich geben, weil Frauen können das nicht. Ey, wenn du eine weibliche Chemikerin bist, bist du, alle wollen dich, weil alle wollen halt irgendwie Frauen in technischen Berufen. Ja. Das ist das Beste, was dir passieren kann. So, ich weiß jetzt nicht, ob männliche Krankenpfleger oder männliche Krankenschwestern sozusagen, ob die genau so eine Nachfrage haben wie weibliche Chemikerin, ich glaube eher nicht. Alle wollen versuchen, auf diese illusorische Quote von 50-50 zu kommen und ich glaube, Ja, aber das macht keinen Sinn. Aber ich glaube, dass wenn du heute technisch begabt bist, unternehmerisch begabt oder halt in den typischen Männerdomänen als Frau gerne und gut bist, ey, jobless, bestes Ding. Es war noch nie besser und es werden aktiv Männer zurückgestellt, weil wir haben ja nur eine Frau, die das kann. Ja, ich glaube besser in dem Sinne, dass du vielleicht dann bessere Berufschancen hast und, aber ist das Umfeld, das Klima, in dem du dann arbeitest, ist es dann, weißt du, angenehm? Ja, was heißt angenehm? Wenn du einen männlichen Beruf, nimm mal an, jetzt mal so einen typischen Fliesenleger, so. Ja, das ist vielleicht auch ein schlechtes, aber Holzfäller, nimm mal Holzfäller. So, du bist dann im Wald, bist draußen und da sind halt alle Jungs, die sägen Holz. Ja. So, und dann sagst du als Frau, ich gehe gerne mit der Kettensäge um und ich fälle gerne Bäume. So, was mir aber nicht gefällt, ist die fettigen Pausenbrote, dass die Jungs immer so grölen und ich sag mal so, die typischen männlichen Aspen. Ich hätte gerne, dass wir das hier ein bisschen weiblicher gestalten und ich würde gerne die Kettensäge benutzen, aber in einem, eine rosa Kettensäge, um es jetzt mal ganz platt zu machen. Ich glaube, dann die Domäne sozusagen, dass alle Jungs, alle Baumfäller dann demnächst eine rosa Kettensäge benutzen, dass zumindest ein bisschen, dass quasi die weibliche Energie da drin ist, ist halt auch scheiße. Also, wenn man in eine Männerdomäne geht, dann muss man sich irgendwie so an diese Domäne anpassen. Wenn man in eine Frauendomäne geht, das Gleiche. So, dann ist irgendwie, die Domäne ist ja nicht entstanden alleine, sondern sind halt durch das jeweilige Geschlecht auch geformt worden. Das ist da so, den Obstkorb in der Autowerkstatt. Ja, klar. Sollten da 30 Obstkorben stehen und sollte man da vom Boden essen können? So vermutlich eher nein. Also, der ... Obstkorb macht wirklich eh keinen Sinn. Die müssen das alles mit ihren öligen Fingern anfassen. Ja, das stimmt. Man denkt das so, Obstkorb wäre doch cool. Hat wahrscheinlich auch einen Grund, wieso da kein Obstkorb ist. Genau, dann greift der erste Mechaniker, der vielleicht auch irgendwie gesund lebt und trainiert ist und viele Äpfel ist, einmal so in dieses Ding, zeigt dir den Apfel und sagt, das ist der Grund, warum wir keinen Obstkorb haben. Aber du, Otto, hast wieder gedacht mit deiner, du weißt alles besser. In 30 Jahren machen wir Autowerkstatt. Ja. Ja, verrückt. Ja, auf jeden Fall. Verrückt. Wie sind wir gekommen vom Kapitalismus über Burnout auf Sexismus und Sexismus-Gematte? Heikle Themen. Ähm, weiß ich nicht. Schwierig, ne? Das ist von Pontius zu Pilatus. Was wir, was ich gesehen habe bei euch, bei mehreren deiner Künstler, ist das Thema German Angst, was ironischerweise auch zu dem ganzen Thema Burnout passt. Ja. Willst du mal kurz erklären, was das ist? German Angst ist das nächste Projekt von Calvin Cole. Das ist seine nächste EP, die er rausbringt am 17. März und da geht jetzt halt die Promo los und machen wir verschiedene Sachen dazu. Der Name German Angst, hast du das schon mal gehört? Äh, ja. Also im englischen Sprachraum, im German Angst eher, wir sind eher angstgetrieben als deutsche Kultur, als dass wir mutgetrieben sind. Ja. Ja, genau. Also German Angst wird benutzt, um zu bezeichnen, wenn du nicht aus dem Raster fallen willst, wenn du nicht irgendwas Ungewöhnliches machen willst, dann hast du irgendwie German Angst. Ja, verstehe ich. Und ich finde, es gibt ganz oft Situationen, also wenn man den Begriff so ein bisschen weiter stretcht, ich glaube, es gibt auch viele Sachen in unserer Kultur, vor allem in der deutschen Kultur, die German Angst auslösen. Das machen wir auch ein bisschen in dieser Kampagne beim Rollout, versuchen wir auch so Sachen zu machen, die German Angst auslösen. Zum Beispiel, ich glaube, ein ganz gutes Beispiel ist, wir werden Surprise-Gigs, Performances in so Cafés und Restaurants machen. Oh geil. Das heißt, wir sprechen mit dem Owner ab, ey, wir kommen rein, wir performen zwei, drei Songs, dann gehen wir wieder. In Deutschland werden wir, glaube ich, ganz viel German Angst sehen, wenn das passiert. Ich glaube, du kennst das, es passiert etwas Überraschendes und du tust so, als würde das gerade nicht passieren. Okay. Die Reaktion erwarte ich. Ich glaube, das haben wir in Deutschland ganz, du tust einfach so, als würde das nicht gerade existieren, du isst weiter, du acknowledgest gar nicht, dass das da passiert. In einem anderen Land fangen die Leute vielleicht an, mit zu tanzen und zu feiern. Ja. Das ist in Deutschland, aber glaube ich, gar nicht so. Und wir haben zum Beispiel auch Musikvideos natürlich für das Projekt gedreht und in einem Musikvideo ist Kelvins Tänzer, der tanzt so durch Berlin und durch die Straßen und durch so eine S-Bahn-Station und tanzt total verrückt, expressionistisch und ist auch ein bisschen, er hat auch so einen Morgenmantel an und so Haus schluffen und so einen Kaffee hat und eine Zeitung und du denkst so, okay, irgendwas, das ist jetzt nicht ganz normal und du siehst in diesem Video, wir haben das nämlich mit versteckter Kamera gedreht, alle tun, als würde er nicht existieren. Das war in Berlin? Ja. Fairerweise muss man sagen, dass in Berlin das wirklich so ist, dass jeder Hundertste ist irgendwie Gaga. Ja, aber die waren, die haben nicht reagiert, weil sie es gewohnt waren, sondern du hast halt gemerkt, so, die waren total überfordert von der Situation und ich glaube, das ist einfach so, ich merke das, ich weiß nicht, ob du es bei dir merkst, ich merke es bei mir auch, dann tut man einfach so, als würde das nicht existieren und dann ist das schon, so geht man dann mit der Situation um und das finde ich total interessant bei dem Projekt zu sehen, bei den Sachen, die wir machen, einfach dieses German Angst Thema so ein bisschen zu behandeln, weil es ist halt bei uns, in Deutschland finde ich vor allem wirklich sehr schwer, irgendwie Anerkennung oder irgendwas zu bekommen, wenn du aus dem Raster fällst, das ist immer ein bisschen schwierig hier und Ist es in anderen Ländern besser? Ja, ich glaube, Amerika lebt, also, Amerika lebt davon, kommt auch wo, wenn du jetzt in Midwest bist oder so, ist es vielleicht anders, aber so, wenn wir jetzt von Amerika sprechen und Los Angeles und keine Ahnung, Kalifornien, da, die leben davon, ja, da versucht jeder sich zu übertrumpfen und noch verrückter zu sein und noch verrückter zu sein und ich glaube, wenn du auch auf den afrikanischen Kontinent gehst, kommt natürlich auch wieder darauf an, in welche Länder, vielleicht eher so Westafrika, wenn du dahin gehst, ich glaube, da wirst du auch embraced, ja, wenn du da in einen Café gehst und was performst, da glaube ich nicht, dass dann alle da so still sitzen und so tun, als würde das nicht passieren, kann ich mir schwer vorstellen. Ja, das stimmt. Und ich glaube, dass es in anderen Ländern vielleicht auch nicht dann positive Reaktionen gibt, aber ich glaube, dass es andere Reaktionen gibt als starre. Weißt du, was ich meine? Der Deutsche ist starr. Starr. Es ist, und das beschreibt es mega gut, ja, in allem, also auch in uns, sei es der Musikgeschmack, sei es, wie wir uns kleiden, es ist sehr starr. Der durchschnittliche Deutsche ist sehr starr. Das ist jetzt unabhängig von Berlin, das ja noch ein bisschen internationaler ist, aber es ist sehr starr und das ist auf jeden Fall so ein bisschen die German Angst, die, glaube ich, auch ein bisschen damit zusammenhängt mit dem Zweiten Weltkrieg und was uns, was dadurch hier alles zerstört wurde und ich glaube, viel kulturell ist dadurch auch weggegangen. Ja, und darum geht das Projekt ein bisschen. Das Projekt selbst geht um inhaltlich, um alle Emotionen, die mit uns während dem Lockdown und nach dem Lockdown passiert sind. Ich meine, wir waren im Lockdown auf einmal, sind dann da rausgekommen, da war die Welt doch schlimmer, so mit Inflation und Krieg und also besser wurde es nicht und wie es uns damit geht oder den Leuten oder wie es auch Calvin dann damit ging, weil darüber gibt es nicht so viel, also wir sprechen tatsächlich gar nicht so viel darüber. Ich kenne Leute, die sind aus dem Lockdown gekommen und hatten vorher kein Problem, in großen Gruppen zu sein und jetzt haben die total Probleme, auf Konzerte zu gehen, weil sie es irgendwie lange nicht gemacht haben und das ist total schwierig für die. Also da gibt es, glaube ich, viele Problematiken, über die wir nicht sprechen und German Angst ist tatsächlich ein sehr techno-influenced Projekt, was Calvin auch gemacht hat, damit, wenn du die Musik hörst, dein Körper automatisch sich dazu bewegen will und aus dieser Gedankenspirale rauszukommen. Und natürlich auch, wenn wir in Deutschland ja auch für irgendwas so ein bisschen bekannt sind und vor allem in Berlin ist es ja auch techno. Ja. Das heißt, es geht so um Mental Illness oder Mental Health Awareness im weitesten Sinne, eingebettet irgendwie in ein techno-Projekt und auch noch mit dem Finger in die Wunde des Deutschen. Ja. Wir haben zu viel Angst vor Unkonformität. Ja. Ich habe tatsächlich gerade, ich dachte so, habe ich auch German Angst? Ich habe jeden Fall. Auf keinen Fall habe ich irgendeine German Angst. Und dann habe ich aber 24 Stunden zurückgedacht und ich saß im Flieger und ich saß auf einem Notausgangplatz. Und im Flieger war eine blinde Passagierin. Ja. So und immer, wenn die zur Toilette gegangen ist, kam die quasi, ich saß auf dieser Ecke, auf mich zu. Ja. Und suchte halt mit ihren Händen irgendwie Halt im Raum. Und das erste Mal war ich literally versteinert und saß auf meinem Platz. Und das einfach so getan, als würde das nicht passieren. Genau. Die hätte mir quasi auf die Nase gepackt und da quasi meine Nase, oh, da ist Nase, da ist Passagier. Ja. So, ich bin nicht auf die Idee gekommen, was dann ein anderer Passagier gemacht hat, der lustigerweise nicht deutsch war, nämlich die zu führen. Ja. Das heißt, der stand so halb hinter der und hat die dann quasi so gedreht, dass die wieder Richtung Gang und das habe ich mir dann abgeguckt und habe es dann halt, die ist zehnmal auf die Nase gegangen, nicht ganz, aber dann immer, wenn die kamen, habe ich quasi ihren Arm aus der Luft gegriffen und den dann geführt, dass der halt nicht in meinem Gesicht gelandet ist. Aber ich war komplett versteinert und habe halt gedacht, okay, wenn ich mich nicht bewege, dann, ich habe die quasi so, so fast sehenden Auges sozusagen in den Abgrund laufen lassen, weil ich mich nicht positionieren wollte. Und fairerweise aber auch, ich hatte jetzt nicht zehn Minuten drüber nach, zu denken, die war auf einmal da, die Hand war da, was machst du? Ja, aber die initiale Reaktion ist, bei mir ist es auch öffentliche Verkehrsmittel, also wie du es auch sagst, so wenn in der Bahn irgendwas außer der Norm passiert, du kannst das alle gucken und ich auch. Du fährst Bahn? Selten. Ich wollte gerade sagen. Aber wenn ich Bahn fahre, also deutsche Bahn, so S-Bahn und so fahre ich eigentlich nicht, aber deutsche Bahn und wenn da irgendwas passiert oder du kennst auch, wenn Leute dann anfangen zu schreien oder irgendwas und du tust einfach so, als würde es nicht existieren, das ist bei mir auch mal so und ich weiß nicht, wieso es so ist, aber ich finde es sehr interessant, dass die Amerikaner dafür einen Begriff haben und der ist German Angst. German Angst, ja. Aber die, wenn die von German Angst sprechen, sprechen die davon, geht es um Deutsche oder können auch Amerikaner German Angst sein? Ja, ja, können auch, aber es ist halt so ein deutsches Phänomen, deswegen heißt es halt German Angst, aber das können auch andere haben und ich glaube, das haben auch in verschiedenen Situationen andere Leute, dass halt immer, ja, wenn es ein bisschen um Risiko geht, irgendwas außer der Norm zu machen, ja, das fällt, aber vor allem Deutschen schwer, weil hier ist immer, was sagt Calvin immer, der, in Deutschland wird immer der Durchschnitt gefeiert. Das stimmt. Also alles, was durchschnittlich ist, ist halt mega gut. So, weil du siehst es ja auch in Deutschland, wir haben hier keine grünen Lambos rumfahren. Ja, das ist in anderen Ländern komplett anders, ja, aber hier ist es nichts Cooles, wie zum Beispiel, wenn du nach Dubai gehst, ja, und da ist jedes Auto so. Die haben andere Probleme, glaube ich. Die haben andere Probleme, aber da ist es dann cool und nice und auch, wenn du in L.A. auf jemanden triffst und dich spricht jemand an, der sagt dann so, ey, wie hast du das geschafft? Ja, wie kannst du dir das leisten? Aber in Deutschland ist es so, oh, Angeber, wieso machst du das für Aufmerksamkeit? Und du denkst dir so, Mann, ich habe einfach ein cooles Auto und ich will das zeigen, aber das haben wir in Deutschland einfach nicht. Ja, ich glaube, auch die Gründe sind, glaube ich, auch vielfältig. Ja, ja, auf jeden Fall. Weil wenn man das, die Schleife zu Ende denkt, warum hat der einen grünen Lambo und ich nicht? Ich hätte auch gerne einen grünen Lambo. Der Grund, warum ich keinen grünen Lambo habe, ist, weil ich nicht genug Geld habe. Ja. Warum habe ich nicht genug Geld? Wegen dem Kapitalismus und Sexismus. Ja, genau. Kapitalismus und Sexismus. Wer außer mir könnte schuld sein, Kapitalismus und so, aber am Ende des Tages ist halt, man sieht einen grünen Lambo, man findet den geil und man hat keinen. Ja. So, und eines Tages ist halt, Das ist für Deutsche ein Problem. Genau, ist für Deutsche ein Problem. Ja. Der Amerikaner, oder. Ist vielleicht motiviert dadurch, American Dream. Und sagt, hey, da will ich auch hin. Ja. Und der Deutsche sagt, den schleppe ich ab, der parkt bestimmt mal falsch. Und außerdem ist er viel zu laut, rufe ich gleich mal die Polizei. Ey, es ist so interessant, wenn ich mein Auto fahre, das ist so eine Mercedes C-Klasse, merke ich total den Unterschied, wenn ich das Auto von meinem Freund fahre, was eine S-Klasse ist, von 2020, ich werde so oft angehubt. Angehubt wegen? Keine Ahnung, meinem Fahrstil, der genauso gleich ist wie in der C-Klasse, aber da werde ich nicht angehubt. Das fällt mir jedes Mal auf. Ich finde das so interessant. Also Leute regen sich richtig über mich auf, wenn ich in der S-Klasse sitze. Weil du ein teures Auto fährst. Aber wenn ich in der C-Klasse sitze, regen sie sich nicht über mich auf. Ja. Es ist lustig, für alle, die keine S-Klasse fahren, die denken, dass in der S-Klasse das Leben angenehmer ist, genau das ist das Gegenteil, es scheint der Fall zu sein. Genau, dann auch die S-Klasse, da hat man viel mehr Probleme drin, auch von der Software und sonst was, als ich meine C-Klasse habe, aber ja. Hashtag Privileged Problems, ne? Ja. Ja, ich mag das nicht, wenn die Leute in Podcasts immer so, das einfach unreflektiert, in der S-Klasse hat man viel mehr Probleme, die Leute wissen das nicht, weil die ganze Software und so, auch die Massagesitze, da ist so viel Technik drin, die so schnell kaputt geht. Die Massagesitze lohnen sich gar nicht. Ja, das ist so, wie als ob du mal kurz mit dem Finger berührt. Ja, aber. Das hast du, glaube ich, auch nur eher für einen Beifahrer, dass du einsteigst und sagst, guck mal hier. Ja, es ist lustig, was so Status macht, tatsächlich. Ich habe gestern da im Flieger, ich habe seit neuestem so eine, ich bin cool Karte und komme in die Airline-Lounges und ich dachte, das wäre cool. Ja. So, und ich dachte, die Leute in den Lounges sind so die krassesten Überchecker und so. Nicht da, als ich da war, sozusagen. Und ich dachte, wenn man Lounge, so im Prinzip ist halt, du kommst da rein, da kannst du in den Stuhl, dann gibt es ein Buffet. Ja. So, wenn man das Kantine nennen würde, so die Spezialkantine, niemand würde mehr da hingehen, weil es halt nicht mehr cool ist. Es ist halt, der Ort selbst ist ne und, also es gibt halt auch alle dann Lounges, aber so, da gestern, das war scheiße. Ja. So, das war scheiße, aber die Leute fühlen sich cool. Gleiches Massagen. Ist halt, dann wirst du massiert, ja. Die massieren aber nicht geil. Kann jeder rausfinden, kostet wahrscheinlich 10.000 Euro. Ja. Dann ist es aber cool, wenn der Beifahrer einsteigt und sagst, ja, was bewegt sich denn da? Aber das ist ja, das ist ja eine neue S-Klasse, ist auch in Belüblich. Ja, wir sind komische Tiere, wir Menschen. Ja, das ist schon interessant. Sehr, sehr komische Tiere. Ich überlege gerade, haben wir noch was, was wir, oder hast du noch was, was du auf dem Herzen hast, was du mit mir unterlegt? Das war ein interessanter Podcast, wir haben gar nicht über das geredet, ja, ungeskriptet, ungeskriptet. Wir haben gar nicht über das geredet, über was du reden wolltest, über was wolltest du reden? über, wir haben ja gestartet mit wie war das Jahr und dann ganz schnell den Kapitalismus an. Fairerweise muss man, also ich habe mehrere Versuche, gemacht, in deinem Jahr reinzukommen. auf jeden Fall. Und du hast es immer sehr, sehr aktiv abgeblockt. Nicht bewusst. Okay. Ja. Okay, aber gibt es noch von der Business-Seite irgendwas, wo du sagst, dass 2022 war, das hätte ich nicht gedacht, dass das passiert. Nee, ich habe mir alles so erhofft. Ich erhoffe mir für 2023 noch mehr, aber was ich 2022, wo ich mich mehr darauf fokussiert habe oder was ich nicht so auf dem Schwemm hatte, ist auf jeden Fall mehr so Mitarbeiterführung und diese Themen, damit habe ich mich mehr auseinandergesetzt. Also mich mehr damit auseinanderzusetzen. Ja. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber das ist bei uns schon so voll das große Thema. So, wann arbeitet man und was hat man alles im Büro und was macht man und was kann man alles für seine Mitarbeiter machen. Darauf habe ich mich sehr im 2022 fokussiert. Ja. Und erfolgreich oder nicht erfolgreich? Ja, auf jeden Fall. Also, du kannst super viel für deine Mitarbeiter machen. Sei es mit Zusatzversicherung, mit irgendwie. Ich weiß, dass du ein Versicherungsnazi bist sozusagen. Du bist gegen alles versichert. der bestversicherte Mensch nach Olaf Scholz, ja. Man kann super viel für seine Mitarbeiter machen, zum Beispiel. Ja. Zusatzversicherung. Ja, aber es ist so, die können dann 600 Euro im Jahr von ihren Rezepten eingeben und kriegen das zurück und du zahlst einem Mitarbeiter 40 Euro irgendwie im Monat oder so für alle. wie krass Menschen unterschiedlich sind. Das interessiert dich gar nicht. keine Ahnung. Wenn ich beim Bewerbungsgespräch bei dir sitzen würde, du würdest strahlen und sagen, wir haben auch Spezialzusatzversicherung. Aber das ist mega nice. Ja. Ich finde alles, was Versicherung im Namen hat, ganz schrecklich. Oh. Also, alles, aber das ist, das Ding sagt. Komm zu uns, wir regeln das für dich, Ben. Ja. Habt ihr noch, darf ich, dann hättet ihr einen zweiten Mann sozusagen, ab dem ersten, dritten Konfer. Ich würde dann quasi am letzten Februartag kommen, dass ich der erste Mann bin und dann kann der sich erst mal unterordnen. was für eine männliche Aussage. Habe ich bewusst, genau deswegen getroffen. Ja. Nee, aber damit habe ich mich sehr auseinandergesetzt, also nochmal zu reflektieren, wie geht es den Mitarbeitern, halt auch wegen dem Burnout-Thema, weil wir auch so ein Case hatten unter den Mitarbeitern und wie können wir das auch so ein bisschen vermeiden? Ein bisschen, ja, ist tatsächlich ein bisschen vermeiden. Ein bisschen mehr vermeiden. Genau, das ist, ja. Aber lustigerweise würden Menschen, du sitzt jetzt hier als kapitalistische Geschäftsführerin und sorgst dich um die Zusatzversicherung deiner Mitarbeiter und wie du die vor Burnout schützt. Du sorgst dich, jetzt würde man als Kommunist oder als Kapitalismuskritiker, würde man sagen, ja, die Kapitalisten, die wollen deine Arbeitskraft schützen und dass du auch weiter für die arbeiten kannst, aber du bist authentisch besorgt um das Wohlergehen deiner Mitarbeiter. Ja, tatsächlich. Also natürlich auch aus dem Aspekt, dass ich mir wünsche, dass keiner ausfällt und für lange Zeit ausfällt, weil das einfach doof wäre, aber ich sorge mich schon sehr darum, wir haben auch alle, also alle sind angehalten, keinen Wecker zu haben, ja, das gilt auch für die Mitarbeiter. Ich dürfte, guck mal, ich muss versichert sein gegen alles Mögliche, dürfte keinen Wecker haben, gar ein schrecklicher Ort für mich. Ja, und wir haben total flexible Arbeitszeiten und Arbeitsorte, wo du willst und ja, wir haben auch die Vitamine und den Obstkorb im Büro, ja, und wir machen auch super viele Gruppenaktivitäten und wir sprechen auch darüber immer alle vier Monate, was unsere Ziele sind, was sich verbessern muss, was nicht, also super viel auch Struktur und Feedback und wirklich auf die Mitarbeiter hören, das ist mir auch aufgefallen im letzten Jahr, als ich sehr verstärkt gehört habe, was sie möchten, war das bei allen mehr Wissen. Fand ich total interessant, weil die Frage war einfach, was wünschst du dir fürs nächste Jahr? Das hat ja alles sein können, ja, und alle haben gesagt, mehr Wissen, Weiterbildung, mehr das, das fand ich auch sehr, sehr interessant und ich fahre tatsächlich mit dieser Schiene, dass ich sehr besorgt um meine Mitarbeiter bin und da auch viel mehr mache als andere Arbeitgeber, hat tatsächlich ein sehr gutes Resultat, weil wenn ich meine Zahlen, also unsere Zahlen tatsächlich dann vergleiche mit anderen Männern, mit denen ich dann auch mal spreche aus der Branche, die sind dann immer sehr erstaunt, wie wir dieselben Zahlen haben können, obwohl bei uns alles so locker flockig ist. Ja, interessant. Interessante Frage, ich habe halt gerade Jahreskick-Off-Workshop mit meinem Team gemacht und die Frage, was wünscht ihr euch denn, habe ich vielleicht mal indirekt leise gestellt. Ich habe sehr viel gesagt, was ich mir wünsche, aber nicht das, da fehlt es vielleicht etwas an femininer Energie bei mir. Ja. Ich finde das wichtig, ich finde das eine super gute Frage, aber ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, weil ich habe so geguckt, wie sieht es aus, wo drückt der Schuh, da müssen wir einen Stein rausnehmen, also offensichtlich und los, aber ja, 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 also ich finde, man kann das ab irgendeinem Punkt auch gar nicht mehr selbst so gut einschätzen, weil mein Ziel ist es, dass jeder Mitarbeiter besser in seinem Job ist, als wie wenn ich den machen würde. Habe ich genauso. Und das heißt ja aber, dass ich ab einem gewissen Punkt, wenn die mich dann übersteigen, ich gar nicht mehr deren Needs kennen kann, weil ich noch nie an dem Punkt war. Das heißt, ich muss die ja fragen, was brauchst du, ja, sei es von Arbeitsgeräten, brauchst du vielleicht andere Arbeitsgeräte, andere Software, eine Weiterbildung, was wünschst du dir, was möchtest du eigentlich für dich selbst? Ich frage auch alle vier Monate im Mitarbeitergespräch, ob sie noch in diesem Job arbeiten möchten, wo sie hin möchten, ob sie vielleicht andere Ambitionen haben, wie sie sich noch damit fühlen. Also das mache ich sehr viel, zu fragen, was die sich wünschen und wohin die möchten, weil ich glaube, dass das für Mitarbeiter das größte Thema ist, sich gehört zu fühlen und auch ernst genommen zu fühlen. Und dann wird die Arbeit viel, viel besser. Kim, ich würde dich gerne buchen für ungefähr 15 Mitarbeitergespräche in Kapstadt. Ja, wirklich kluge Gedanken. Ja, und wir haben jetzt auch so eine Liste gemacht, was sich alle im Jahresmeeting, im Viermonatsmeeting gesagt haben, was sie sich fürs nächste Jahr wünschen. Da haben wir so eine Liste gemacht und jetzt arbeiten wir es nach und nach ab. Einer hatte sich nämlich gewünscht, dass wir mehr Team-Events machen, außerhalb von der Weihnachtsfeier. Und jetzt gehen wir Lasertag spielen am Montag. Geil. Ja. Das wäre für Männer sozusagen das Event, auf das man sich ein Jahr lang vorbereitet. Ja. Weil man will das natürlich gewinnen. Ja. Und gewinnt das aber sehr, sehr schwer nur. Ja. Weil häufig können halt die Mädels leider gut Lasertag. Tatsächlich. Ja, das sind auch meine Lasertag-Erfahrungen. Ja, oder Autofahren zum Beispiel. Es gibt halt, es gibt bestimmte, glaube ich, auf dieses Geschlechterthema nochmal zu zurück, so Männerdomäen und Frauendomäen, da sind Männer einfach besser. Ja. jetzt ein Klavier tragen musst, ist der Mann tendenziell stärker. Ja. Dann gibt es aber auch andere Sachen, da ist nicht so klar, wie zum Beispiel Autofahren. Mhm. Es gibt keinen Grund, warum jetzt, oder vielleicht gibt es auch irgendwelche Gründe, aber tendenziell, wenn wir jetzt gemeinsam so ein Rennfahrertraining machen in der Woche. Kein Mensch weiß, ob du danach besser fährst oder ich danach besser fahre. Ja. Es wäre aber für mich hochgradig, also für mich jetzt persönlich nicht, aber ich glaube für viele Männer, hochgradig frustrierend, von einer Frau sozusagen überholt zu werden. Ja. So und das, da haben wir wenig genetische Vorteile. Das Klavier tragen ist relativ klar. Ja. Und genauso gibt es natürlich das für Frauendomänen. Ja. Ja, interessant. Ja. Schwieriges Leben, schwierige Welt, aber Kim, danke, dass du nochmal da warst. Ja, gerne. War sehr cool, sehr philosophisch am Anfang. Ja, stimmt. Aber auch … Du hast auch sehr viel Gedanken geäußert dieses Mal. Ja, ich fühlte mich getriggert. Ja, auch. Das kann die nicht so sagen, das kann die nicht so sagen, wenn die das so sagt. Nee, nee. Cool. Nein, Kim, danke schön und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass du dabei warst. Ich versuche mit Ungeskriptet dir außergewöhnliche Menschen mit Ecken und Kanten näher zu bringen, sodass du die verstehen kannst und vielleicht für dein eigenes Leben was mitnehmen kannst. Ist es mir heute gelungen, die richtigen Fragen zu stellen, das Gespräch vernünftig zu führen, die richtigen Gegenthesen zu formulieren, um den Menschen, der mir gegenüber saß, richtig zu verstehen? Lass gerne Kommentare da, was ich besser machen kann, was ich vielleicht auch ganz gut mache. Wen soll ich demnächst einladen? Ich freue mich über dich und deinen Support. Dankeschön.